Jo, hello, hello, hello. Jo, tach, ein Wunderschön. So, das hefft mir mal hier dran. Chopp. Erstmal hier alles untersuchen. Ganze Kram einsammeln, den man bekommen hat. Ja, war bei mir nicht so viel. Oh. Oh, ich bin schon überladen. Hm. Ich, ähm... Bei mir waren es tatsächlich nur... Ich werde angegriffen. Ja, wahrscheinlich von irgendeinem... Krokodil. Ja. Das war sehr laut. Es kann aber auch an mir liegen, dass es so laut ist. Ich muss einfach mal an den Reglern ein bisschen leiser. Oh, jetzt höre ich gar nichts mehr. Aber das ist natürlich auch gut. Hm. So. Äh, ich hab grad mal eine... Ein Fass von dir gelootet, weil ich Säure abholen musste. Und ich hab sowas bei mir nicht aufgebaut. Okay. Warum kriege ich jetzt eine Anleitung, wie das Inventar funktioniert? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal. Ich mein, ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon ein paar Stunden gespielt, ne? Nee, genau. Irgendwie so knapp 70 Stunden, aber okay. Aber guck mal, das muss uns doch nochmal erklärt werden. Ja. Weil es könnte ja sein, dass wir es vergessen haben. Stell dir das mal vor. Ja. Ja, ich kann dazu nichts kommentieren, weil es absolut bescheuert ist. Hm. So. Ich hab eine ungelesene Nachricht. Ja. Zwei glaube ich sogar. Maintains Compensation, okay. Nee, ich hab nur eine. Hm. Ich hatte zwei. Oh. So. Und warum Säure abholen? Ähm. Weil für... Wo war das denn unter Erkundung? Ach nee. Bei Territorium. Nutze das Braufass und stelle Säuren her. Ah. Okay. So. Hm. Dann gucken wir mal in die Saisonziele. Okay. Hier kann ich schon welche abschließen. Hier kann ich ein. Beutekisten. Boah, fahre 30.000 Kilometer mit dem Allradfahrzeug. Mhm. Füge gegnern insgesamt 20.000 SDN mit Mutationen zu. Okay. Oh, ich kann schon das erste abholen. Nice. Ja cool. So. Weißt du was echt traurig ist? Hau raus. Ich habe diese Woche, während ich offline war, mehr Follower gemacht, als während ich live war. Hä? Hm. Ich habe gestern zwei Follower dazu gekriegt. Oh. Haha. Hm. Ja. Ja. Ich habe glaube ich in den letzten zwei Wochen überhaupt niemanden dazu bekommen oder so. Keine Ahnung. Hm. Aber egal. Mal. Ich finde äh, ich meine Zuschauer und äh, Lala sind ja ultra aktiv bei dir. Ja. Das ist dann, also ist mir lieber, dass ich dann äh, ein oder zwei Zuschauer habe, die dann aktiv sind, mit denen ich mich unterhalten kann, als äh, 500 Follower, von denen keiner da ist. Äh, ja auf jeden Fall. Äh, hallo, Kalonia. Do you want to sell me something for the stream? I'm not interested. So. Also wenn du willst, können wir einen harten, äh, eine harte Reinigung machen. Reinigung, Verteidigung meinst du, oder? Jaja, genau. So ne... Ich kenn drei. Okay. Moment. Wo war da? Kommen die hier von allen Seiten? Nee. Ähm, willst du oben auf dem Dach stehen oder willst du unten stehen? Wenn du mich schon so fragst, stehe ich glaube ich lieber oben auf dem Dach. Okay. In dem Turm? Nee, hier oben rauf. Hier auf die Solarzelle und dann hier auf dem Dach. Hm. Und primär kommen die Gegner von da und von hier. Ja, okay. Genau. Erstmal nachladen. Oh, ja und erstmal erholen. Ich hab mir grad die Beine gebrochen. Du weißt aber schon, dass du das nicht machen musst, oder? Das ist ja nicht zwingend notwendig, dass du dir die Beine brichst. Na doch. So. Eben noch Sachen. Oh, bei uns regnet's gerade einfach Hunde und Katzen, ne? Ja. Bei uns regnet's gerade einfach Hunde und Katzen, ne? Guter, Guter, Guter. So. Are you ready? Yes, I am ready. Let's go. Ah, ich treff einfach nicht. Ja, merk ich. Entschuldigung. Okay, die kann man anscheinend nicht kaputt machen. Ja, so ganz zwischendurch trifft man die mal. Und wo kommen die denn jetzt? Ah, wieder von derselben Stelle. Oh. 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 Wow, dass hier einfach nichts passiert. Meinst du bei den Viechern, die da unten im Wasser stehen? Ja. Achso, jetzt beginnt die zweite Welle, ne? Mhm. Ja! Ja, das Problem ist halt nur, die kleinen Viecher sind zu klein. Mhm. Ja, ich glaube, da muss gleich mal einer... Oh, andere Seite. Muss gleich mal einer runter und die rauslocken aus dem Wasser. Was? Oder wegbomben. Ja, und wo, andere Seite? Nee, habe ich schon weggemacht, aber hier ist noch einer. Was auch? Flug. Flug? Flug. Flug. Wie flug? Oh, flug. Ja, hier hat man da eindeutig eine bessere Übersicht. Oh. Okay. Wow. Was? Ja, die... Ah, das war jetzt nervig. Was denn? Äh, ja... Du hast nicht so gut aufgepasst. Wieso? Oder? Kann man das überhaupt? Hä? Oh, wie kacke. Was denn? Ähm... Hinter dem Haus hier haben die alles weggerissen. Was? Jo. Oh ja, das war das eine Fliegevieh, was ich meinte. Das habe ich nämlich zu spät gesehen. Ey, das war noch die ganze Zeit da. Okay, dann habe ich nur ein Fliegevieh davon gesehen. Hm, das war das Problem. Aber warte mal. Wurde das jetzt wieder aufgebaut? Nein. Boah, ist das ein Abfuck. Ich habe die echt nicht gesehen. Oh, das ist ja noch schlimmerer Abfuck. Oh. Oh. Ach so. Ja, die habe ich noch nicht freigeschaltet. So. Machst du da eigentlich keine Fenster rein? Ne, hier nicht. Hm. Ach, deswegen. Oh Gott. Was? Äh... Ja, ich auch. Cool. Ich habe auch keine Belohnung gekriegt. Ne, die kriegst du auch erst, wenn du, äh... Komm mal mit. Geh mal hier durch das Portal. Äh, wo bist du? Ja, hier durch das Portal. Ach, das wird auch abgerissen. Oh ja. Ah, das ist super. Ah, stimmt, da war ja was. Genau. So, aber jetzt kann ich mir ein neues Rüstungsteil holen. Ja, super. Gut, dass ich keine Ahnung mehr hatte, was ich haben wollte. Oh, cool. Ich habe überhaupt nichts erhalten. Wie? Hast du denn, äh, die Reinigung dann jetzt schon voll oder noch nicht? Äh, ich habe auch das Saisonziel abgeschlossen. Hä? Also, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit der Ausrüstung machen wollte. Ich glaube, ich wollte Pulli und, ähm, Pulli und Helm von der Gesetzlosen haben. Das kann gut sein. Ne, stimmt nicht. Ich wollte nämlich meine Barbecue-Handschuhe behalten. Weil ich dadurch, ähm, 18% mehr Elementarschaden mache. Äh, heißt ich werde nur den Hoodie nehmen und den Rest von der Schutzrüstung. Was soll denn... Was soll denn... Ja, super. Boah, ist das ein abgefucktes Spiel. Hast du denn das Saisonziel abgeschlossen, Stufe 3? Ähm, von letzter Woche, die Stufe. Ja. Ja. Heute bezwinge während des Territoriums Reinigung Level 35. Äh, ich, ich weiß nicht, über welches ich abgeschlossen habe. Aber bei irgendeiner habe ich eben abgeschlossen. Und das war in der Saisondingsbums von letzter Woche. Ich kann da jetzt auch gar nicht... Moment. Du musst oben das Saisonziel auswählen. Ähm, ja. Habe ich abgeschlossen. Boah, ist das ein Abfuck. Hm. So, ich starte das mal neu. Oh, ich weiß warum. Wieso? Äh, du hast meine Belohnung geklaut. Was? Ja, weil wir nicht in einem Team waren. Oh, shoot. Hm. Wahrscheinlich gehe ich davon aus. Oh ja, das macht ganz viel Sinn. Oh, Kacke. Tut mir leid. Nee, alles gut. Aber das ist für mich jetzt ein Anhaltspunkt dafür, ähm, dass das Spiel echt nicht gut optimiert ist. Mhm. Das ist echt super Kacke. Vor allem meine gesamten Ressourcen wurden dafür verbraten. Ja. Ja, aber auch dumm, dass ich das einfach da rausnehmen kann. Ich meine, wir haben ja... Ja, ja, du bist ja Inhaber. Ja. Ja, aber trotzdem. Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr. Was suchst du denn? Äh, die goldenen Kortexe. Kann man die weitergeben? Äh, ich glaube, die kannst du da einfach selbst reinschmeißen. Ja, sonst, äh, nehmen wir das nächste Mal nämlich meine mit. Nehmen wir die. Ja, kannst du jetzt eigentlich schon machen. Aber wir kriegen doch nicht nochmal Belohnung, oder? Äh, du müsstest mal reingucken. Bei mir steht nämlich nur 40 von 40. Ja gut, aber das heißt ja, dass es abgeschlossen ist. Äh, ne, ja, nicht 40 von 40, sondern 0 von 40. Äh, wie gucke ich dann nochmal rein? Äh, du gehst durch das Portal und guckst dann einfach. Ach so, ja, ich bin grad gar nicht bei dir. Und wieso hat das jetzt keinen Strom mehr? Ach, die haben hier den weggemacht, okay. Ich brauche ganz viel Haut. Weil ich immer noch kein Kaninchen bekommen habe, was mir Haut beschafft. Kannst du dir eigentlich Haut bei mir dann holen? Ja, alles gut, ich habe jetzt, äh, Sekunde. Äh, 15 Haut, das reicht. Ich kann sowieso nur einen Teil machen. Oh, oh. Was ist los? Auch nichts. Ich hatte eine Flugstunde. Oh. Mit meinem Motorrad. Oh, sauber. Wo bin ich? Da ist mein Haus. Ich fand die falsche Richtung. Oh. Alter Schwede, langsam fängst du an, dass das Spiel echt bei mir ein Tilt auslöst. Hm. Auch wenn das Open Source, äh, nicht Open Source, sondern Free-to-Play ist, ne? Aber wie sehr willst du Spieler tilten? Und dann ... Erstelle ein Baumenü, was auf freie Positionierung ausgerichtet ist, aber ... Leg es so an, dass du ... ordentlich bauen musst, weil sonst alles kaputt geht. So, dann möchte ich ganz gerne hier was ablegen, weil ich gerne den Hoodie hätte. Einfach, weil ich den Hoodie toll finde. Kalibrieren kann ich aber, glaube ich, nichts, weil ich dafür genau nicht genug Sternenstopp gebildet habe. Ach doch, guck mal, einmal kann ich. Sonst können wir auch gleich zu Planet Crafter switchen. Nee, nee, das, äh, Dings, ich will den Riesen noch machen. Welchen Riesen? Die Mission. Welche Mission? Äh, drück mal J. Mhm. Und dann, äh, er war hier. Ach so, gemeint das L. Oh, ja. Ja. Äh, er war hier, wo ist hier das hier? Wow, ich hab mal wieder keinen Teleporter. Ja, das kriegen wir hin. Wieso, du? Nicht beleidigen, schluck's runter. Was? Ja, alter Schwede. Ich hab die Kuh vielleicht nicht mehr ganz gekriegt. Ich hab grad was festgestellt, das ist noch frustrierender. Was denn? Alle Säurefester wurden übrigens zerstört. Oh no! Was zur Hölle? Ja. Warte. Warte, warte, warte. Oh ja, super. Äh, in seiner göttlichen Großartigkeit hat dieses Scheiß-Huren-Spiel sich dazu entschieden... Boah. Du verlierst Sachen, okay. Wir packen die aber nicht in die Truhe rein, weil... Die sind in deinem... Sind die nicht in deinem Tresor? Na, selbstverständlich nicht. Cool. Ich kann übrigens wie nicht mehr rufen. Nee, das liegt dran, weil du zu niedrig bist. Viel zu niedrig. Du wolltest doch fliegen, oder? Ja, aber da, also zum Beispiel so ein Vorsprung gerade runter, das ging auch nicht. Naja, du musst... Äh, die haben die Leertaste anscheinend angepasst. Das heißt... Der Abstand muss größer sein. Ah, okay. Wow. Danke, Spiel. Mhm. Kommst du hier hoch? Natürlich nicht. Das ist so... Warum frage ich eigentlich? Gelo, gelo. Gelo, gelo. Gelo, gelo. Gelo, gelo. Gelo, gelo. Gelo, gelo. Und weißt du, was ich viel schlimmer noch finde? Nein. Ach, Mann! Ja, das zum Beispiel. Ähm. Du kannst zwar den Bauplan speichern, ne? Mhm. Aber... Du kannst nicht festlegen, äh, an welcher... Doch, du kannst sagen, an welcher Stelle das Gebäude neu gebaut wird. Aber du kannst zum Beispiel nicht sagen, okay, hier ist meine Station, die ist ja an beiden Standorten gleich, äh, reparier einfach alles. Also bau alles einfach neu. Sondern du müsstest das komplette Gebäude hier kaputt machen. Und dann könntest du es neu setzen. Uh, äh... Ja. Ach, I dodged you. Nein! Geh weg! Nein, Bülfchen! Ich will euch nicht töten. Bleibt mir fern! Lass mich auf mein Motorrad, ich muss fliehen. Sofern es sich vermeiden lässt, würde ich dem Wölfchen gerne nicht wehtun. Wieso das denn nur? Weiß ich auch nicht. Nein, ich bin falsch abgebogen. Mein Motorrad wird es mir mit Sicherheit verzeihen. Nein, nein, ich bin schon wieder, nein, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Beziehung. Also wir könnten gleich nochmal eine Reinigung machen. Im Team. Mhm. Weil ich habe eine, äh, Mission auch dafür. Mein Motorrad ist gleich kaputt. Oh Mann. Vielleicht sollte ich das mit dem Querfeld einfahren, einfach lassen in der Wüste. Mhm. Ähm, wollen wir erst die Hauptquest machen? Können wir gerne machen, Moment. Oh wow, kann es sein, dass er sich, wenn ich enge Kurven fahre, zu weit in diese Kurve reinlässt, sodass er es mit Hurra Schaden bekommt? Ja. Cool. Ich hatte da ein Teleporter auf dem Gelände. Ehrlich? Hm. Das wusste ich natürlich. So, du wolltest jetzt die Hauptmission machen? Mhm. Aufgaben. Da ist übrigens ein Teleporter auf dem Gelände. Äh, ja. Den hatten wir doch das letzte Mal freigeschaltet. Hm. Aua. Äh. Ach so. Das ist Aua. Ach ja, äh, drück mal die Tab-Taste und ruf mal V. Ach ja, wegen den Aufgaben, ne? Ja, ja, genau. Wow, ich kann gleich wieder zurückreisen. Warum? Ähm. Ich brauche, äh, Reparatur. Oh, stutt, echt? Ja. Ja. Ja, das ist ja zum Glück schnell gemacht. Ich, äh, lade dich mal eben in ein Team ein, ja? Ja, mich hast du ja ignoriert. Wie, du hast mir eine Bewerbung geschickt? Ja, selbstverständlich. Oh, das glaube ich nicht. Okay. Das ist bestimmt eine Lüge oder so. Mhm. Ja. Ich brauche, äh, ich brauche, äh. Ja. 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 So, äh, wir können. Hunder, Bärbar. Hast du Missionen angenommen? Was für Missionen? Äh, mit wie rufen und dann Mission. Ach so, ja. Äh, 1, 2, 3, 4, 5. Ach so. Ich hab da noch was mit, äh, töte 50 Gegner. Ja, ich hab, töte 20 Menschen. Ah. Loot. Loot ist immer gut. Jo. Oh, wir laufen jetzt gerade zwar vollkommen falsch, aber... Egal. Uh, empfohlene Spielerzahl 4. Level 60. Egal, rein da. Was? Ja. Das wird vielleicht jetzt lustig werden, aber nur ganz vielleicht, nur ganz vielleicht. Joa. Oh Gott. Oh, nee. Ach, das war ja easy. Oh mein Gott. Oh, nee, nicht die Bäume. Oh, nee. Nee. Was zur hell. Wer kommt bitte auf solch bescheuerte Ideen? Absolut keine Ahnung. Ich glaube, das war ein Fehler, dass wir hier reingegangen sind. Bin ich ehrlich mit dir. Ach, werden wir rausfinden. Hm. Oh, wenn mich hier gleich wieder Bäume verfolgen, kriege ich, glaube ich, eine mittelschwere Krise. Ich bin so froh, dass ich das offscreen gemacht habe. Zumal ich auch nur ein bisschen auf meinen Tisch gehauen habe. Tja. Ciao. 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 Ich mag das wirklich nicht, was ich hier gerade sehe. Oh, big fat mama tree. Der sieht aus, als könnte eine Umarmung vertragen. Zum Glück hast du eine Feuerwaffe dabei. Was keinen Unterschied macht. Der ist nämlich immun gegen Feuerschaden. Vielleicht da am linken Arm. Ah, ja. Wow. Und nehm nicht gleich den Injektor, ne? Zu spät. Oh. 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 Ich muss nicht ausgewichen. Du musst ganz zum Rand laufen. Nach außen? Ja. Ähm. Ja. Ich bin mir grad nicht sicher, ob's nicht sinnvoller wäre mit... ... 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 Und hier kannst du eigentlich alles gleich auch aufsammeln, das ist alles Säure. Oh, mhm. Ich glaub, letztes Mal hab ich gar nichts aufgesammelt. Ne, ich auch nicht. Da kommt ein Copperhead. So, ich glaub jetzt kommt langsam die Phase, wo die Flugdinger eben gespawnt sind. Ja. Siehst du den Regenschirmtypen? Mhm. Der muss down gehen. Ja. Ja. Ähm. Ich hab doch noch. Jop, down. Sauber. Oh, scheiße. Hier unten ist noch einer. Ne, der ist nicht down. Shoot. Gut. Ich hab keine Granaten mehr. Ich weiß nicht, wie ich den Tod kriegen soll. Jetzt ist er down. Dein Kackdino hat mich runtergeschubst. Ciao. 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 noch mal. Au. so während wir im kampf sind will ich mal gucken das ist halt das ist kacke wenn die ins wasser gehen und man die nicht mehr hängen kann alter der hat ja wieder die kalbe bude weggerissen boah wie kacke ist das denn ich mit meinen granaten kann deinem haus aber keinen schaden machen oder und ich krieg auch keine belohnung ich habe mir die beine gebrochen ja ich kann da auch nicht dran klicken du hast auch nichts im resonanzfilter was ist das du hast eine neue nachricht ich habe einen hinweis mit keinem inhalt aber ich habe meine ganzen nebenmissionen erledigt sehr gut wo auch die territoriums denkstens mit drinne war können wir jetzt eigentlich schon level 60 werden so warte mal eben ich will mal eben gucken ob hier irgendwas in der diskussion drinne steht list of things are broke oh ja ich habe ein bügeleisen bekommen ja man sollte durch wasser durchschießen können ansonsten machen die viecher halt unendlich viel kaputt ja ein bügeleisen ein haushaltsgegenstand na dann fehlt nur noch eine küchenschürze und die habe ich die habe ich in echt geschenkt bekommen bei einem bügeleisen grillseminar habe ich so eine grillschürze bekommen ja also äh wir sind nicht die einzigen mit den bugs ach cool und anscheinend äh kriegen motorräder übelst schaden wenn du mit denen fährst ja ist mir aufgefallen und hier hinten der loot von dem regenschirmvieh ist auch weg ja ne der ist da unten wo wir nicht drankommen doch äh hier wo ich bin ist noch ähm blauer loot ja unten auf dem boden und da hier ist etwas kalt stell dich doch einfach nicht so an das ist gut ja TS und 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 das und ja wir Okay, Moment. Ich wollte nochmal gucken, wie das Purification-Level aussieht. Da. Oh, jetzt war was drin. Ja. Du kannst im ersten Stock durch das Portal laufen. Ah, ja. Ich hab einfach ganz schnell F gedr... gedrückt. Hm, hm. Ja, muss nochmal durchs Portal. Ja. Oh, da steht bei dir unten wöchentliches Reinigungs-Level 40 von 40. Unten? Oh, unten. Ich kann nicht mal auf das Resonanz-Dingsbums dazugreifen. Jetzt? Nö. Bei mir kommt einfach kein F. Ja, dann ist da für dich nichts drin, ne? Ja. Äh... Eine hat übrigens, ähm, unter dem einen TikTok-Video, was ich gepostet hab, wo ich mit Bi geflogen bin und dann runtergefallen bin, weil meine Ausdauer leer war. Ja. Äh, drunter kommentiert, dass ich auch einfach wieder den Fallschirm hätte aufmachen können, aber dann hätte ich ja keinen Content. Da bin ich nur so, ja, du kennst dich ja aus mit dem Spiel. Das ist ja der Wahnsinn. Oh Gott, wie dumm. Und ich hab arschfreundlich drunter geschrieben. Das ging leider nicht, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Ich war, ich war schon auf 180 und ich wollte einen richtig bösen Kommentar schreiben und dann hab ich mir gedacht, nein, wenn du jetzt einfach was Nettes schreibst, dann regt er sich wahrscheinlich mehr auf. Ja, äh, was für ein... Ja, egal. Naja, ich mein, vielleicht wusste ich das ja wirklich nicht, aber... So, welches Set hole ich denn? Das kommt drauf an, was du möchtest. Äh, draufhauen? Das Schutz-Set ist zum Beispiel gut, wenn du, ähm, Elementarschaden mitmachst. Äh, ja. Das Abtrünnigen-Set ist gut, wenn du ne Waffe hast, die lange brauchst zum Nachladen. Ähm, das... Ach, was war das andere denn? Äh, das Einzelgänger-Set, da hast du mehr Munitionskapazität. Und höhere Crit-Rate. Ja. Solche Leute immer, äh, solche Leutchens immer kalt verhungern lassen. Ja, das kann ich nicht. Ich bin dann auch... Ha! Ich, ähm... Diskutiere dann auch viel zu gerne. Das ist so ein Punkt, der, der, also... Ich diskutiere einfach viel zu gerne. Das macht mir einfach zu viel Spaß. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich im Recht bin, dann macht es noch mehr Spaß. Äh, 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 äh. Das, das Problem ist... Dass ich dann leider Gottes auch teilweise echt gehässig oder gemein werden kann. Tja. Und ich fühle mich, also ich fühle mich dann halt schon echt angegriffen von jemandem, der keine Ahnung hat. Warum auch immer, ist es total dumm eigentlich. Ich weiß, dass ich sowas eigentlich ignorieren sollte, aber dafür macht es mir viel zu viel Spaß, wenn die sich dann aufregen. Das glaube ich sofort. Ach, das hatte ich beim Fußball einmal. Da, äh... Was war denn da nochmal? Ich glaube, da hat mich auch eine die ganze Zeit auf dem Platz irgendwie... Ich hatte immer irgendwie einen Ellbogen, äh, in den, in den Rippen oder dann hat die mir am Trikot gezogen. Und ich habe einfach nur immer gegrinst. Ich habe sie die ganze Zeit angelächelt. Das regt die viel mehr auf, als wenn ich da irgendwie... Äh... Böse drauf reagiere. Das war sehr lustig. Da hatte ich sehr viel Spaß dran. Weil ich gesehen habe, wie sich Wutfalten gebildet haben. Und das war sehr schön. Ja, so muss es auch sein. Oh ja, die Maske habe ich auch. Mein Charakter will mich nicht angucken. Was ist denn los mit ihr? Die dreht immer den Kopf weg, sobald ich sie angucken will. Tja. Hat ja was, äh, vielleicht zu bedeuten, doch. Was soll das denn jetzt heißen? Ach, nix. Dachte ich mir, dachte ich mir. Das ist ja schon echt frech gewesen gerade. Dann gelächelt, als ich die Gegnerin von hinten grätsche. Nein, sowas mache ich nicht. Also ich grätsche. Gut, ich spiele jetzt nicht mehr. Ich habe schon gegrätscht. Aber immer den Ball getroffen. Wenn die Gegnerin weiterlaufen und über meine Beine fallen, kann ich da nichts mehr für. Das ist nicht mehr mein Bier. Aber, äh, beim Grätschen habe ich die Gegnerin nie selber getroffen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hä, dann hätte, dann, also wenn ich da mal jemanden richtig erwischt hätte, dann hätte ich aber auch glattrot gekriegt. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, eine gelbe Karte bekommen. Okay, das geht ja echt klar. Ja, dafür, dass ich 16 Jahre Fußball gespielt habe. Ja. Ich finde es auch lächerlich, dass, ähm, dass zwar Videoüberwachung beim Fußball eingesetzt wird, aber es wird dann doch nicht eingesetzt. Da kann man doch irgendwann mal was machen. Ach, ja, da, äh, ne, beste, beste Beispiel, die letzte EM. Da muss man, glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen. Sei es das Handspiel von Kokorella oder, äh, das Foul an Musiala. Hm. Sagen wir zwar beide nichts, aber... Äh, ja, ist nicht schlimm. Die, die Fußball geguckt haben, werden wissen, was ich meine. Gerade bei dem Ding von Kokorella. Oder wie auch immer der hieß. Jo. So. Was wollen sie tun? Wie wollen sie tun? Und wo wollen sie tun? Nein, stopp, falsche Richtung. Echt? Okay. Das Einzige, was man natürlich noch machen kann, ist, äh, diese Saisonziele alle abzuschließen. Ich habe zielsicher aufs Falsche geklickt. Sollte es denn auch anders sein. Jo. Nein, da wollte ich auch nicht drauf... Was ist denn mit dir? Spiel bitte. Danke. Ähm. Mh. Mh. Jo. Oh, das sind alles so Kackziele. Verwende einen taktischen Gegenstand. Okay. Was für taktische Gegenstände können unsere Viecher denn produzieren? Äh, sowas wie die, ähm, das Atombombenfeuerzeug. Hm. Ja, guck dir allein, äh, die Sachen bei Herausforderungen an. Lea Forschungslabor, Lea Forschungslabor, Theta Pro, Psi Pro und an den vergessenen Riesen. Hm. Ich glaube, das sollten wir vielleicht machen, wenn Drogen da ist. Ja. Vielleicht hat Spaddy bis dahin auch Level 50 erreicht, dann kann er mitkommen, dann sind wir schon zu viert. Wir könnten das mit dem Eilfahrzeug machen. Da gibt es zwei Sachen. Alfa, Eilfahrzeug. Was für ein Eilfahrzeug? Das oberste bei Erkundung. Ach, Allradfahrzeug. Ach so, Eilrad, okay, ich habe nur bei dir gelesen. Hm. Muss hier jeder selber fahren oder reicht es auch, wenn wir zusammen fahren? Ja, das könnten wir nämlich jetzt gleich mal raus, ausprobieren. Hm. Und du könntest dich einmal auf ein Fahrzeug draufstellen, man fährt langsam und du schießt einfach einen Gegner. Funktioniert das? Keine Ahnung, ist die unterste Aufgabe da. Ach, ich kann eben noch das Haus einscannen. Das Vieh ist echt eklig. Ja. So, gleich mit der Waffe fertig. Äh, warte doch, bevor du die... Die sind einfache Gegner. Ich habe ihn im Arm stehen lassen. Hm, nice. Das war vorher noch nicht so, oder? Nee. Ich habe ihn im Arm stehen lassen. Ja. So, ein einzelner Gegner. umfass ziel abgeschlossen warte da ist noch einer hier ich hebe mal auf und wirft damit ab perfekt erhalten den rest wieder wo hast du ihn hier hingeschmissen eigentlich direkt hier vorne hast du dich vielleicht einfach nur in dein inventar getan jetzt habe ich es weggeworfen ist das ein allrad ja zählte aber springen wir oben drauf ja er geht nicht ja dann ist das das andere fahrzeug warte dann setze ich mich mit rein und gucken ob die meter für mich auch zählen warte mal steig mal aufs auto ne die zählen für mich nicht oh und jetzt schieß mal den gegner ab warte muss meine waffe aussehen ne ich bin auch runtergefallen warte ja vergiss es so schnell kann ich nicht abschießen nicht wenn ich mitlaufen muss ne dann ist das das andere warte mal zählte das für mich wie kann man denn im gegner heraus aus dem auto heraus gegner töten ne eigentlich sollst du wenn du auf einem auto fährst ja für mich zählt das ja ich glaube für mich zählt das nur wenn ich selber fahre ja aber 31 kilometer ist auch ein bisschen was wenn wir einmal ins startgebiet zurückfahren ja wir müssen jetzt 30 kilometer fahren ja das das sieht so aus als wäre es ein bisschen crappy das zu lenken äh ja aber schön wir machen ne tour durch new world ach new world sag ich schon äh once human ja und jetzt sind wir ein kilometer gefahren oh wow soll ich dann in ner halben stunde oder so nochmal wiederkommen warte mal eben oh das zählt nicht schade nein ich glaube der track tatsächlich äh ach du willst jetzt im kreis fahren ja wenn das auto nicht leer wär moment ne das zählt leider gar nicht für mich kann ich das ding an meiner äh mittleren garage herstellen äh das kannst du an deiner normalen äh motorrad garage herstellen wow ich bin einmal ausgestiegen ne ja ich glaube an der mittleren kannst du diesen truck herstellen wo man sachen drauf bauen kann ach so und da kannst du auf jeden fall mit fahren ja ist der truck gerade nehm ich das geländefahrzeug oder nehm ich den retro kopie das ist ja jetzt beides wahrscheinlich als allrad oder ja geh ich auch von aus nehm ich bin Na komm. Alter, das kann ja nur ewig und drei Tage dauern. Ach, denkst du? Ja. Boah, ich saß an diesem Ding. Das wird ja richtig furchtbar. So, erstmal auftanken. Das einzige, was... Ich bin hinten eingestiegen. Äh, yo. Das einzige, was man da nochmal testen kann, ist... Oh Gott. Wenn man sich aus dem Fahrzeug rauslehnt. Ob das zählt. Man kann sich aus dem Fahrzeug rauslehnen? Ja. So, welche Straße nehme ich denn jetzt? Wo fahre ich denn jetzt lang? Ich fahre hier jetzt erstmal rechts. Sorry, Zuschauer. Das passiert halt. Schön, ich spiel... Ich fühl mich wie Need for Speed, nur halt Need for Langsam oder so. Need for Slow? Ja, danke. Danke. Ich bin ein Kilometer schon gefahren. Fehlend nur noch 29. Kommt, Leute, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ah. Natürlich kriegen wir das hin. Ja. Ja, Zuschauer, ich glaube, das ist auch der hauptsächliche Grund, warum das alles so gut geklappt hat. Da ist das hin. Ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgewogen. Hier wollte ich gar nicht hin, eigentlich. Hm. Oh, Bus. Der Bus prügelt mich über die Map. Ja. Ich bin in irgendeinem Stream irgendwie 40 Kilometer durch die Gegend geflogen gefühlt. Ist dir das auch zur Fahrzeit? Ich glaube nicht. Oh. Ups. Vielleicht habe ich gerade jemanden über den Haufen gebügelt. Ja. Ja. Jetzt fahre ich mal hier hoch. Warte mal, waren wir hier nicht eben auch zusammen? Doch, ich glaube schon. Ja. Ich glaube auch. So, ich fahre jetzt einfach so lange, bis ich, äh, bis bei mir steht Saisonziel abgeschlossen. Oh Gott. Hm. Warum denn nur? Ich weiß nicht, weil das eines so, äh, nervig das ist. Es ist eine der einfacheren Ziele. Echt? Mh. 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 Außerdem können wir uns so die schöne Map angucken. Mh. Naja. Guck mal, da hinten sind Berge mit Schnee, zu denen wir nicht hinkönnen. Halt! Halt! Sollte jetzt nicht eigentlich das nächste Gebiet freigeschalten sein? Dann sieht der nicht so aus, ne? Sonst wären irgendwo wieder Spaltanker. Ja. Ja. Ach guck mal, da sucht jemand eine Gruppe, ähm, Lea Research Lab Pro. Ja. Zuschauer, ich glaub, hier brauchst du keine Kist des Snickers, sondern, ne Palette? Mhm. Mh. Das glaube ich auch. Uh. Ist doch schön hier. Die Offroad-Strecken sind nicht gut. Deswegen fahre ich nur auf der Straße. Ja, das mache ich auch gerade. Ah, auf der Brücke bin ich gerade. Ruhe. Hä? Ach, nö. Wölfchen, bleib mir fern, bitte. Ich habe einen Orangen- Äh, nee, äh, Sonida teilgefunden. Ach, gut. Bin ich wahrscheinlich dran vorbeigefahren. Jo. Ich kann es ja mal markieren. Mhm. Oh, vielleicht werde ich herausfinden, ob die neue Zone vielleicht doch schon freigeschalten hat. Ist, wie auch immer. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sooo Noch mehr Gold Haa Was haben wir jetzt hier noch abgeschlossen Ah Oh 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 Und grünes Licht Und Dann stellen wir das hier her und dann kann man das noch verwenden Hmm Oh 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 Dann zwei holen Und dann geht man halt noch hier oben lose aus Mit drei schlägen Mit drei schlägen Joanna Oh 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 nobody Oh Rob Einmal hier und einmal hier. Guten Tag, ich bin wieder da. Hallo. Mein Dad kam gerade kurz vorbei, der wäscht jetzt Ton schon, hat gefragt, ob wir noch welche haben, die er mitwaschen soll. Ja, macht Sinn, ne? Ja. Weil für ein paar Turnschuhe schmeiß ich nicht die Waschmaschine an. Ne, würde ich auch nicht. Bin ich ganz early mit dir. Hm. Also, beim Verkaufsautomaten, den habe ich jetzt bei mir in der Base aufgebaut. Ja. Du könntest in deiner Base auch noch einen aufbauen und irgendwas für 20.000 reinpacken. Ja. Dann komme ich gleich bei dir vorbei, kauf dir das eben ab. Ich meine, dann haben wir ja hinterher sowieso ein Geschäft von plus minus null, wenn jeder einem was für 20.000 abkauft. Ja, genau, das war die Idee dahinter. So. Dem könntest du dich nach Hause teleportieren, den da aufbauen. Was? Mit dem Teleporter. Ich kann mich damit nicht nach Hause tele... aber ich kann ja einfach von da aus weiterfahren. No. Ich teleportiere mich zu dir nach Hause. Und von dir aus fahre ich dann einfach zum nächsten. Ja, das würde ich aber mit dem Teleporter machen, das ist günstiger. Okay. Hä? Ist es kostenlos, wenn ich mich zu dir teleportiere? Ja, ja, aber nur vom Teleporter. Nein. Oder aus deinem Territorium heraus. Ähm, wenn ich mich außerhalb vom Teleporter zu dir teleportieren will... Dann funktioniert das nicht. Stimmt aber was. Aber ich kann auch immer zurück nach Hause reisen. Ja. Ja, das funktioniert. Egal. Ich mache einfach von hier aus. Ja. Ich teleporte mal zu dir. Achso. Ja, ich hab... Ne, unten am Fluss immer noch. Äh, ich hab noch nicht aufgebaut. Ach ja. Ich kann den auch bei dir aufbauen. Ach ja. Das ist vielleicht leichter. Ja. Äh, was machst du? So. Du kannst auch einfach gegen die Wand gegenschwimmen, dann kannst du dich hochziehen. Oh. Hahaha. Yay, Saisonziel abgeschlossen. Falscher Knopf. Äh, Mobilisierung, ne, Anlagen war das, ne? Äh, Funktionsanlagen. Ja, du kannst sonst auch einfach Escape drücken, Rechtsklick auf, äh, ne, äh, mittlere Maustaste auf das, was du kapieren willst. Stimmt. Ach, der Automat gehört mir. Aber ich kann was einstellen, also ist das nicht schlimm. Du kannst da auch reintippen und 20.000 eingeben. Ja, das... Musst du klicken. Und zum Verkauf anbieten. Yay. Hat funktioniert? Ja. Ähm. Weißt du, was ich auch lustig fände, mit dir zu spielen? Was? Den Supermarkt-Simulator. Oh mein Gott. Kann man den im Multiplayer spielen? Ja. Sogar mit Twitch-Integration, dass unsere Zuschauer als Kunden da auftauchen. Oh mein Gott. Oh yeah. Das fände ich auch sehr geil. Das hört sich grausam an. Es wird grausam. Aber sehr lustig. Willst du jetzt noch weiter durch die Gegend fahren? Äh, ich wollte noch, ähm, ich... Warte. Äh, Saisonziele. Mir fehlen noch fünf Teleporter. Die wollte ich noch eben abklappern und dann sammle ich dabei die Kilometer. Okay. Komm ich hier durch? Ach, das ist eine Verarsche. Hier komm ich ja gar nicht durch. Ja. Du hast ungelesene Nachrichten. Ach, ein Hinweis, der kein Hinweis ist. Mhm. Genau. Und ich glaub, wenn ich die fünf Teleporter dann abgeklappert hab, hab ich die 30... Ehi, ich bin halt fast fast... Äh, da. Äh, hab ich die 30.000, ähm, Meter auch fast voll. Ja, das ist doch schön. Du hast ja die Quest mit den 36 Teleportern wahrscheinlich schon, ne? Äh... Ja. Aber, äh, Horte 18 Beutekisten hab ich noch nicht. Das hab ich auch nicht. Ich glaub, da fehlen mir noch zwei oder drei oder so. Ja, mir auch. Ich weiß aber, was ich machen kann. Das können wir auch zusammen machen. Was denn? Äh, dafür muss ich mal eben die Map erkunden. Und zwar gibt es ja immer, ähm... So Häuser, wo Rätsel drinne sind. Mhm. Und dann kriegst du eine Schatzkarte. Ja. Und mit dieser Schatzkarte, äh, das ist eine von diesen Rätseltruhen. Ah. Ich glaub, da fehlt mir auch nur noch eine. Ja, mir auch. Deswegen fahr ich da gerade hin. Teleportierst du mich zu dir, sobald du da bist? Ja, das war die Idee. Das wär ganz fantastisch. Jetzt hoff ich nur, dass ich in der Zeit diesen einen Kilometer noch gefahren bin, damit ich, äh, den Teleporter noch aktivieren kann, weil sonst muss ich da gleich wieder hinfahren. Nee, da würde ich ja auf dich warten. Okay, das war super, weil ich hab nicht so viel Lust da dann nochmal hinzufahren. Ja, ich muss eh 2,6 Kilometer fahren. Ja. Ja, okay, gut. Wenn du 2,6 fahren musst, dann passt das. Ja. Oh Gott. Ah, schön. Ich glaub, hier findet immer ein Primärkrieg statt. Jupp. Ich zeig euch alle wegen Falschparken an. Servus, IDK. Hallo, hallo. Manni. Wir spielen ein bisschen Once Human. Nee. Und machen grad eine Quest, indem wir 30.000 Kilometer fahren. Hey. Ja, und das ist sehr spannend und sehr abwechslungsreich und ja. Ich hasse die Person, die sich das ausgedacht hat. Tschüss. Tschüss. Äh, damit wir Saisonziele abschließen, damit wir die Saison für diese Woche beendet haben. Oh, oh. Uh. Aber ich bin sehr gespannt, wie das nach der Saison wirklich ist. Ja. Lila Kiste. Oh, nice. Theoretisch. Nach da oben. Wow, was soll denn der Rotz? So. Wie viele Hortkisten hab ich jetzt? Oh Gott. Okay, mir fehlen noch zwei Hortkisten. Ist das schon wieder dumm. Was denn? Ach so. Ja, du kommst nicht in das Gebiet rein, ne? Auf jeden Fall. Äh, ja, äh, du hast recht, Zuschauer. Es sind Meter und keine Kilometer. Kilometer wär noch schlimmer. Ich glaub, dann hätte ich aufgegeben, bevor ich angefangen hätte. Ja. Ja. Ja, ich glaub, dann würde ich das unter Folter einstufen. Hm. Ja. 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 Vor allem könnte ich schwören, dass ich zwei Kilometer mit 100 km h schneller fahre, als ich es jetzt tue. Also so rein realistisch gesehen. Ja. Und jetzt kommst du die Kacke hier nicht hoch. Ist ganz gut, wenn du ein bisschen länger brauchst, dann krieg ich die nächsten Teleporter nämlich auch noch. Ja. 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 Die haben hier irgendwas mit den Sounds gemacht. Möglich. Oh. Wolf. Wow, das war nur so eine blöde Basis. Oh, ich habe den Wolf überfahren. Das ist schlecht. Hm. Nur noch 1,1 Kilometer, also Luftlinie. Wow. Wenn ich hier so hoch fahre, dauert das definitiv länger. Was ist das hier eigentlich die ganze Zeit für ein komisches... Hm? Ach, das sind Müllsäcke. Ja, da fährst du gegen und gehst kaputt. Was? Ja. Was sind das denn für OP-Müllsäcke? Ja. Und sogar Spiele aus dem Jahre X... Wie Far Cry hatten zerstörbare Müllsäcke. Hm. Schön, einmal eine 90-Grad-Kurve. Das Schlimme ist eigentlich ja nur, dass es das Spiel trotzdem schafft, dass die Zeit verdammt schnell vergeht. Ja. Obwohl man eigentlich nur gerade stumpf mit Morde durch die Gegend fährt. Jupp. Aber weißt du, warum, äh, das Spiel allein schon total unrealistisch ist? Weil Leute mit Koffern auf dem Kopf rumlaufen? Oh, nee, das meinte ich nicht. Weil hier viel zu viele freie Grünflächen sind. Die werden doch laut Menschheit schon alle zugepflastert. Oh, ja. Hier ist viel zu viel unberührte Natur. Das gibt es auf der Erde nicht mehr. So, war nächster Teleportationsturm freigeschaltet. Ja, gut, dann kann ich dich ja... Ja. ...porten. Ja, 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 ja. So, und wo ist das? Dayton Owen. Du musst Q drücken, falls du es nicht findest. Achso, nee, ich hab schon. Achso, ja. Äh. Gott, was war das? Entschuldigung. Ich hab mich nicht im Discord gemutet. Jo. Hä? Aber ich hab... ...nichts abgeschlossen. Nee, nee, ich muss da gleich noch hinfahren. Achso. Okay. Entschuldigung. Geht. Achso. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das war ein Saisonziel. Vielleicht zählt das als Hortkiste. Jop. Oh. Ach so, Moment, ich brauchte sowieso noch eine mehr. Es kann sein, dass das gezählt hat, aber ich glaube nicht. Okay. Nein. Ja, und dann fahre ich da mal eben hin. Oh. Oh. Ach, ich hab mir jetzt meine Cam wieder anzumachen. Warum sagt denn keiner was? Alter, das war absichtlich. Oh. Nein, war es nicht. Okay. Ich bin, ich bin, ich bin. Okay. 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 Ich wollte gerade eine Kiste, eine Ausrüstungskiste looten in einem Level-5er-Gebiet und dann ist mir eingefallen so, dass das nicht so, ja, irgendwie Platzverschwendung im Inventar ist. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bist du bereit zum Porten? Jo. Oh, es war sogar zwei. Und sichern. Ah, ne, meine Disco-Kugel hat was abgeschlossen. Oh, ich glaube, ich hatte doch nur einen bis jetzt. Ich glaube, ich brauche noch ein Puzzle-Ding. Ja? Ja. Ja, ich brauche noch ein Puzzle-Ding. Ich habe erst eins gehabt. Okay. Ja, aber ist nicht schlimm. Hat gut Sternenstaub gegeben, ne? Oh ja. Ne, ich kann ja eben noch eine zweite suchen. Stimmt, wird wahrscheinlich irgendwo noch irgendeine geben, die du auch nicht hast, ne? Wahrscheinlich. fluctuieren, aber jeteen. Ah, ich erinnere mich an den Weg. Das war das... Das hier ist der Weg, den wir gefahren sind, als wir das erste Mal in das zweite Dorf gefahren sind. Glaube ich. Oh. Oh Gott. Ja. Das ist schon ein bisschen länger her, du. Mhm. Voll über den Haufen gemäht. Sorry, not sorry. Hm. Oder kann es sein, dass wir ein Vieh töten müssen, in den wir einfach ganz oft über es drüber fahren? Nee. Ich glaube, das war eine andere Mission. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Die sind gestorben, ich weiß aber nicht, warum. Äh, Shellshock. Okay, viel Spaß dir. Viel Spaß im Lurk. Du kleiner Lurk, ruhig. Du kleiner Lurk. Vielen Dank. Oh, es geht nicht. Oh, es geht nicht. Das ist die Frage. Was soll ich das jetzt? Meine Güte, ein bisschen mehr hätten sie nicht in den Weg stellen können, oder? Ja. Komm ich hier durch? Oh, na easy peasy. Hat nicht pass, wird passend gemacht. Da komme ich nicht her. Vielleicht komme ich hierher. Naja, passt zumindest. Guck mal, was nicht passt, wird passend gemacht. Oh, ich bin bei meinen ersten, äh, bei den 20.000 Kilometern. Hm. Sehr gut. Jo. Ich weiß nicht, ich gucke erst, wenn ich, äh, bei dem Teleportationsturm angekommen bin. Okay. Oh, ich glaube, ich habe noch so ein lila Ding gefunden. Oh, ich habe Hunger und kann nicht mehr sprinten. Hahaha. Ich sage, ich habe Hunger. Das erste, was ich mache, richtig, ich, äh, pipe mal was zu trinken rein. Da ist doch schön. Oh, nee, das ist nur mutiert, mutierter Weiß. Super. Ist mein Auto? Da ist mein Auto. Bereit zum Teleportieren? Ja. 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 So, jetzt muss ich erst mal rausfinden, wo das ist. Viele Kilometer hab ich jetzt schon. Ja, ich bin bei 21.000. Sauber. Ja, ich bin bei 21.000. Ja, ich bin bei 21.000. Ich glaube, das macht Sinn, weil sonst hab ich hinterher die 30.000 voll, bevor ich die restlichen Porter noch habe, dass ich mich da zumindest in die Nähe teleportiere. So, was ist denn hier in der Nähe? Hm, das hier ist in der Nähe. Ach so, hier bin ich. In dem Steinbruch. Ich guck mal, ob ich hier oben rauskomme. Hallo zurück. Gut. Guten Tag. Oha. Hilfe. Blimey to the moon. Hallo. Äh. Schudibudi, ich komm hier nicht hoch. Hier kann ich hochkommen. Bitte geh einfach da hoch, danke. Ich wollte gerade schon wieder losmeckern, weil das Spiel mein, äh, Fahrzeug nicht platzieren wollte. Halt. Das macht gar nicht so viel Sinn, was ich jetzt markiert habe, weil hier noch einer. Der ist näher dran. Dann nehmen wir erstmal den. Nein. Nein, 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 nein. Hm? Ich, äh, bin fast in der Hausmauer gefahren vielleicht. Das wäre dann doch nicht ganz so gut gewesen. Mhm. Uh, wir erreichen Spitzengeschwindigkeit mit 126 kmh. Bitte ziehen Sie Ihre Brillen auf, damit Ihnen kein Fliegzeug in die Augen fliegt. Halten Sie Münder und Ohren geschlossen, ansonsten wird sie eklig. Okay. Ich bin ein super Autofahrer, ja? Ja? Ah! Ich habe nichts dagegen gesagt. Mhm. Ich könnte dich teleportieren. Ja. Ja. Danke Dön. Das zählt leider nicht als Beutekiste. Ist nicht schlimm. Aber zumindest eins der Ziele habe ich jetzt noch abgeschlossen. Das gibt nochmal 40. Und das gibt, also 80 kriege ich noch dazu, dann bin ich bei 390. Na, dann fehlen mir immer noch 60. Was fehlt mir noch? Oh. So, nehmen wir den Teleporter, teleportieren uns zu dem, den ich gerade geholt habe. Und dann, äh, fahren wir von da aus zu dem unteren. Halt dich fest, mir fehlen dann 10. Oh, wow. Oh. Oh, du hattest ne mittlere Werkbank, ne? Wie ne mittlere Werkbank? Äh, ne hier, wie heißt das, äh, womit du, äh, den LKW bauen kannst. Äh, Garage, ja. Ja. Dann könnte man das noch bauen, dann baue ich das auch. Und dann fährt man einfach und du schießt irgendein Gegner platt. Ja. So, von hier möchte ich mich jetzt gerne nach hier unten teleportieren, um da hinzukommen. Ups. Ich glaube, ich müsste jetzt so bei um die 33, äh, Teleportationstürme sein. Wenn du dann trotzdem deine Kilometer noch nicht, äh, dann schon voll hast, ich kann dich ja zu den Resten, äh, restlichen hin porten. Ja. Ja, das wär super. Waaah, waaah, Hilfe! Unfall! Hilfe! 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 Oh Gott! Oh mein Gott! Hier passieren Dinge! Ja, du fährst doch querfett ein, ne? Nee. Hier ist ein Weg. Gerade eben. Nein, da bin ich, ich war auf dem Weg und dann hat mich ein so ein Kackauto aus dem Gleichgewicht gebracht. Daran lag das nämlich. Das war gar nicht meine Schuld. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wirklich? Ich hab keine Ahnung, wo ich hinfahre. Gut. Wo führt das Navi mich her? Boah! Lalom! Ach, ich hab nen Geländewagen, der muss halt abkönnen. Ups! Kaninchen! Wow! Wow! Waaah! Auto! Unfall! Weinen! Oh mein Gott! Was ist das krass? Du meinst diese Egen an? Das war's für heute. So, nächste Teleporter fertig. Habe ich denn überhaupt jetzt noch welche? Da oben ist noch einer. Oh, ja, die Teleportationstürme habe ich jetzt voll. Ach, sauber. Jetzt fehlen wir nur noch zwei Kilometer, da fahre ich noch eben zu dem einen Teleportationsturm, der mir noch fehlt. Ja. Dann habe ich die nämlich auch fertig und den Teleportationsturm da oben noch. Quasi eine Win-Win, nicht, äh, und Drifty. Die, hoppala, abhangen, Unfall. Hahaha. Sieht das kacke aus. Was? Ja, dein Unfall. Hm. Wie kannst du es wagen, zu sagen, mein Unfall sieht wie kacke aus? Äh, ging relativ einfach, muss ich sagen. Frechheit. Meine Güte, was ist denn das hier für eine Straße? Hm. Oh. Hey, Saisonziel abgeschlossen. Ja, mir fehlen jetzt wirklich noch zehn. Was geht denn hier ab? Ja, da gibt es ganz viele davon. Und zwar eben looten. Mir ist, äh, was dazwischen gekommen bei meiner Mission. Ja. 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 out. Untertitelung. Loot? Wie gut wäre es, wenn jetzt irgendeiner von uns den Perk hätte, dass wir das auch verarbeiten können. Ja. Ich gucke mal, man hat pro Saison irgendwie, oder ich kann in dieser Saison noch drei Sachen wechseln. Ich gucke da mal, ob ich das vielleicht irgendwo finde. Vielleicht habe ich ja einmal ein bisschen Glück. Ich glaube, das könntest du notfalls auch googeln. Stimmt. Ich glaube, das werde ich mal tun. Weil das wäre ja mega gut. Ja. Okay. Das mit dem Autofahren habe ich jetzt abgeschlossen. Ja, mir fehlen noch 60. Ich glaube, du hast diese fünf Reinigungen schon gemacht, Territoriumsreinigungen, oder? Ich brauche zehn. Oder zehn. Oder hast du die noch nicht? Nee, die habe ich noch nicht. Okay. Weil die habe ich auch noch nicht. Offensichtlich, wenn ich immer nur mit euch die Territoriumsreinigungen mache. Ja. Kannst du mir mal verraten, wie wir schon halb neun haben können? Äh, nee. Okay. So. So. Ich glaube, ich habe noch kein legendäres Rezept gefunden, was ein bisschen traurig ist. Äh, kann man das? Oh, ne, ne, bitte nicht. Ich möchte jetzt kein TikTok-Video dazu sehen, bitte. Oh, ne, bitte. Ich versuche jetzt ganz normal auf Englisch, vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Was willst du denn auf Englisch machen? Äh, ne, ich meine, ich suche ein legendäres Rezept, weil für die... Da hast du ganz viele aufgesammelt. Das waren keine legendären, das waren nur lila, ne? Echt? Ja. Aber ich habe ganz viele legendäre. Aber da fehlen echt nervige Zutaten. Ja, ich glaube, das wird das größere Problem, dafür die Zutaten zu kriegen. Obwohl, man könnte Safran herstellen lassen. Ja, aber Safran wächst bei mir doch hier auf der Wiese überall. Ja, ja, genau. Und dann ein bisschen Zucker noch über Rüben. Ach, ich habe... Oh, tatsächlich. Und dann kannst du diesen Sternstaub-Energy-Drink herstellen. Safran, Zucker, Aluminium-Barren. Also das ist wirklich easy going. So gesehen. Wo drüber kriege ich Zucker? Über Rüben. Kann ich denn Zucker herstellen? Über Rüben. Nein, nein, wo? Oh, nach hier. Rote Bete. Ja, genau, Rote Bete. Ja, das sind im Prinzip Rüben. Ja. Rote Bete. Habe ich Rote Bete-Samen? Rote Bete. Nein, Rote Tulpen-Samen. Schuhe, hier sind Rote Bete. Ja, und dann dauert es halt ewig und drei Tage, bis du das fertig hast. Quatsch. Nein. Quatsch. Ewig und drei Tage dauert das bestimmt nicht. Nein. Das geht bestimmt superschnell. Also wenn du willst, können wir das jetzt einmal mit dem Auto machen? Ja, ich pflanze noch eben die Samen ein. Ah, dann kann ich dich einfach gleich eigentlich porten. Äh, muss ich das Auto aufbauen oder kann ich dann einfach deins nehmen? Das, genau, das können wir einmal ausprobieren. Rotatator. Nein, jetzt habe ich Kürbis gepflanzt. Jo. Oh. Zeit der Geschenke. Oh. Geh mal auf Escape und Events. Wie kann das ab dem 10. August verfügbar sein und ich habe das schon abgeholt? Weiß ich nicht. Aber stimmt, ich habe auch glaube ich noch irgendwo eine Kiste, die ich aufmachen kann. Muss ja dann doch eigentlich hier sein. Hier ist die Kiste. Oh, kosmetische Marken. So, hier kalibre ich ja eben noch meine Jacke. Die hat jetzt einen Wert von 1300. Nice. Genau, bei dem Uptoning Z reicht mir im Endeffekt auch die erste, die erste Stufe nur. Meine Güte. Der Arbeitstag heute war anstrengend. Ich bin echt müde. Jetzt, wo ich die Kopfhörer ein bisschen länger auf habe, muss ich sagen, dass sie doch deutlich bequemer sitzen als meine alten. Wer? Ja. Moin Zocker. Sind richtig gut. Hallo Zocker. Soll ich dich teleportieren? Ja, gerne. Die sitzen wesentlich bequemer am Kopf. Die sind weicher von den Polstern her. Und ich merke überhaupt nicht, dass ich eine Brille aufhabe. Ja, so soll es ja eigentlich auch sein. Ja. So, jetzt versuch mal. Und? Nee. Nee. Nee, da passiert gar nichts. Nee. Seit wann gibt es einen Doppelsprung? Das kommt, weil du den Dingsons getrunken hast. Nach den Energy? Ja. Ja. Ja, aber wie sollen wir das denn sonst machen? Oder müssen wir ein Geschütz auf dem fahrendes Dings draufpacken? Ach, meinst du so ein Gatling? Nee, ich mein... Ja, doch. Ja, doch. Die Gatling ist ja das. Ja, aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Oder... Oder es ist der normale Geschützturm gemeint, den man aufstellen kann, den man auf sein Haus aufstellen kann. Ja. Und dass du dann damit rumfährst... Obwohl, nee, der braucht ja auch wieder Strom, ne? Du kannst ja hier einfach so einen Dingsons-Generator draus setzen. Solargenerator, ne? Ja. Vielleicht meinen die das damit? Oder vielleicht ist das auch verbuckt? Das könnte natürlich sein, aber... Ja. Nee, da... hab ich aktuell keine Lust. Kann ich verstehen. Ja, das mit den Punkten ist mega, oder? Ja, ich glaub das einfachste grade wäre noch, äh... das mit den 10 legendären Gerichten, wenn die Energydrinks so einfach sind. Und das Problem ist, dass ich selbst damit... nicht auf, äh... 450 komme. Ja, dann lass das wann anders machen mit den, äh... äh... Leer Forschungslabor kriegen wir zum Beispiel 70 dazu. Ja. Ich habe... Ja. Über 3000 Punkte heißt, ich kann mir das nächste Ausrüstungsteil, ähm... Ja. Freikaufen. Weil das würde ich ganz gerne noch vor Saisonende machen, damit ich, äh... Ich weiß nicht, ob es in der nächsten Saison nicht neue gibt, weißt du? Äh... Jo. So, Schutz-Set wollte ich noch welche holen. Davon habe ich aktuell die Hose und die Maske. Den Pulli wollte ich nicht davon. Und die Handschuhe auch nicht. Heißt... Schuhe und... Kopfbedeckung noch. Die Kopfbedeckung sieht scheiße aus. Okay, 17 Sekunden noch. Dann kann ich mich zurückboarden. Dann baue ich mir eben mein... Achso. So. Könnt ihr... Könnt ihr... Könnt ihr... Öl könnte ich ein bisschen nutznießen. Was willst du nutznießen? Äh... Nix. 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 Ja, genau. Meine Materialien verbraten, oder was? Ja... Das hat einfach keiner gesehen, okay? Ja, ne. Ich guck auch nicht den Stream. Danke für diese Spende. Ja, super. Jetzt hab ich nix mehr zum Upgraden. Was? Ja. Das kann nicht sein. Doch. Ne. So viel habe ich davon nicht... Warte, ich hole eben mein... Mein Zeug. Nein. Eigentlich habe ich das nur gemacht, weil ich die ähm... Das schon... Materialien? Ne, ich brauchte eigentlich nur die Haut davon. Warte, ich guck eben von diesem komischen Pulver habe ich auf jeden Fall noch was. Davon kann ich dir noch was geben. Nein, nein. Doch. Du hast dein Kram verbraucht. Sicher? Ja. Oh, Tatsache, ich hatte es tatsächlich noch im Inventar. Puh. Habe ich doch tatsächlich kurz angefangen ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Tja. So. Ausrüstung. Schuhe möchte ich gerne austauschen. Ups. Man kann... Ich habe gerade automatisch den Mod übertragen. Oh, wie das denn? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe... Ähm... Ich habe hier die Schuhe ausgewählt. Und dann habe ich Rechtsklick gemacht. Und dann hat er das automatisch übertragen. Aber auch irgendwie nicht immer. Sondern nur manchmal. Okay. Ich bin verwirrt. Okay. Ein Wundertraum. Habe ich hier vielleicht noch einen legendären Mod, den ich da drauf schmeißen kann? Nee. Aber der Mod ist Cook, den ich da drauf habe. Den möchte ich auch gar nicht austauschen. Oh, bitte. Bitte. Okay. Ich muss definitiv von den kosmetischen Sachen her eine andere Hose drauf machen. Das sieht ja ganz grauenhaft aus. Nicht, dass das besser aussieht. Das sieht besser aus. Welche Hose habe ich? Ja, okay. Gut. Die sieht tatsächlich am besten aus. Die passt zumindest so ansatzweise zu diesem halb kaputten Pulli. Die Handschuhe passen jetzt auch vielleicht nicht gerade perfekt, aber egal. Ja, ich glaube die restlichen Sachen von diesem Saisonmeilenstein machen wir am besten, wenn Throgon wieder da ist. Ja. Ich glaube sonst nicht, dass das so wahnsinnig viel Sinn macht. 50 Lose. Das sind doch diese... 500 Punkte dafür ausgeben. Das sind doch die Hau-Drauf-Dinger, oder nicht? Ja. Ja, komm. Kostet einer 500, ne? Nicht bei den Echos aus dem Spalt, oder? Doch. Sicher? Ja. Ich habe doch nicht schon 19 Ziehungen gemacht. Ich habe doch nicht schon 19 mal dieses Spiel gespielt. Ne, aber wahrscheinlich zählt diese... Äh, ich weiß es gerade nicht. Ich brauche auch 50 davon, ne? Ja. Gut, das ist schon sehr teuer. Zumal ich brauche genau die brauche ich ja für was anderes. Die brauche ich ja für die Rüstung. Ja. So, ich habe mal Rüben angepflanzt. Das ist eine gute Idee. So, und jetzt muss ich erstmal was futtern. Das wäre ja cool, wenn irgendwo so eine Zeitspanne stehen würde, wie lange das dauert, bis das Zeug gewachsen ist. Ja. Außer die 7%. Ich hätte gerne Minuten und Sekunden, die da runter ticken. Mhm. Oder halt Stunden, je nachdem. Weil die 8% sind nett, helfen mir aber auch nicht so viel. Ich denke mal, dass die dann morgen früh fertig sind oder morgen Mittag. Oh, morgen wird auch ein bisschen anstrengend der Tag. Äh, ich muss mal gucken, ob ich es pünktlich um 18 Uhr schaffe. Ich bin vorher noch in der Hundeschule. Oha. Ja. Ja, deswegen, ich komme morgen, ich habe morgen Feierabend, dann fahre ich direkt einkaufen. Vom Einkaufen fahre ich nach Hause, bereite dann die Hundeschule vor, dann fahre ich zur Hundeschule und von der Hundeschule dann quasi in den Stream rein. Was muss man denn bei einer Hundeschule vorbereiten? Ähm, die Leckerchen schneiden. Wieso Leckerchen schneiden? Weil die, ähm, Geflügelfrikadellen als Leckerchen kriegt. Okay. Ja. Und die muss ich vorher klein schneiden, weil ich dem Hund nicht, keine ganze Geflügelfrikadelle in den Hund stopfen möchte. Nicht? Hm, nicht zwingend, ne. Oh. Genau, und deswegen muss ich da noch ein bisschen umschnibbeln. Oh, hier muss ein anderer Spieler gewesen sein. Das ganze Wolfram hier ist abgefarmt. Actually ist hier alles abgefarmt. Außer Zinn. Oh. Das Hundebaby liegt wieder an meinen Füßen. Schhhh. Cool. Ihhh, die hat nasse Füße und jetzt sind meine Füße auch nass. Hm. Hm. Freut dich das nicht? Hm. So mittelmäßig, muss ich sagen. So, ich kauf mal ne Nisa Beutekiste. Was macht die? Ich hab 20 Treibstoffe erhalten. Wow. Wowie. Das ist nur, nicht nur, das ist sehr enttäuschend. Da fehlen dir die Worte, wa? Mhm. Geh mal nach Blackfell und guck, ob ich was kaufen kann. Hm. Ich hab mal ein paar Deko Baupläne gekauft. Hm? Ich mein, die bleiben ja glaub ich erhalten. Jep. Wenn man sie dann einlöst. Oh. Good call. Actually. Moment. Das ist, das ist nicht der Bauplan. Wo löst sich die Baupläne denn ein? Ah, hier. Da, ne. Da, genau. Oh, nice. Rote Beete, rote Beete. Brauchst du noch nen Ecktisch Bauplan? Oh, vielleicht. Weil ich hab den doppelt. Oh. 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 Ich hab noch ne Sternkrummkiste mit tausend Sternkrumm drin. Uh. Wie kommt denn sowas? Ja, ich hab absolut keine Ahnung. Und du sagtest, bei dir steht ganz viel Safran rum? Ja. Hinten auf den Biesen. Hm. Weil hier bei... Wo bin ich? Blackfell? Kommt man rote Beete ernten? Hm. Das wär dann natürlich jetzt die Frage, ob man da drüber ganz heimlich die Sachen fertig machen kann. Hm. Dass man hier einfach nur Bauernhöfe abkutschiert. Und das ganze machen. Hm. Wunderbar. Das Gematsche von dieser komischen Truhe hier, ne? Mhm. Von Buckley. Ganz furchtbar. Ja. Also, du brauchst 50 rote Beete. Insgesamt? Ja. Damit du 50 Zucker eier stellen kannst. Die hier verkauft auch nicht rein zufällig was davon, oder? Ich klappe mal die Städte ab, weil die haben, glaube ich, ja auch alle unterschiedliche Angebote. Ja. Habe ich jetzt auch gerade gemacht. An die Stadt kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ja. Toll Grass. Wo ist denn hier der andere Angebots-Heini? Äh, da musst du hochlaufen. Äh, warte mal. Genau. Ach da. Ja. Ah, jetzt zieht die sich hier nicht hoch. Hallo, ich muss hier raus. Hilfe. Was? Lass ihn gehen? Was? Du stand gerade mal im Bildschirm, du hast, lass ihn gehen. Warum habe ich gerade bloß einen Säure bekommen? Weiß ich nicht. Äh, hier ist keiner. Ja. Ach, auch höher. Ja. Ne, stimmt. Wäre ja auch irrsinnig zu glauben, dass die Händler alle nah beieinander stehen. Hm. Hä? Noch höher? Ja. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, gleich habe ich kein Geld mehr, weil ich die ganzen Baupläne kaufe. Ja, ich mache dasselbe gerade. So, wie? Ja. Oh, ja. Oh, ja, ich bin jetzt mal. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. obwohl man könnte ja mal einfach die welt wechseln gucken ob es dann gegebenenfalls andere angebote gibt ja die händler sind natürlich synchronisiert natürlich selbstverständlich ja Ach, der hatte nur Aufträge, der hatte gar nichts zu verkaufen. So, der hier hat Weizen, geröstetes Fleisch und Ladenbrot. Das ist natürlich... ...fragisch. Oh ja. Ein einziges... äh, ein einziges Fleisch. Ein einziges Dorf noch. Ich hab jetzt alle durch. Das steigert meine Hoffnung nicht, gerade wenn ich ehrlich sein darf. Nö. Ich glaube fast, dass die bei jedem Spieler das gleiche haben, die Händler. Ja, das auf jeden Fall. Oh. Aber was man gucken könnte, wäre... Ja, ja, der hat drei. Wow. Du brauchst fünf. Aber ich werd jetzt mal gucken, ob ich einfach, ähm... ...die Welt wechseln kann. Hm. Und dann neue Rüben abbauen kann. Ach so. Ja. Müsste ja eigentlich gehen. So teuer alles. Also ein Arbeitszimmer kann ich mir schon einrichten. Ja, ich hab mir auch den Bürostuhl gekauft. Weil... ...dann kann ich jetzt nämlich... ...da, wo ich jetzt so einen alten, abgeranzten Stuhl gerade hingestellt hab, kann ich dann nämlich den Bürostuhl hin platzieren. Oh. Oh, die Rüben spawnen auch relativ schnell wieder zurück. So, das ist unter Mobilisierung... ...lebensgegenstände und handelsüblicher... ...die Rüben. Oh, no joke, ich kauf mir jetzt den Supermarkt-Simulator. Oh, warum das denn? Oh. Oh. ...die Rüben aufhabe. Oh, man. Leute, du kannst die Welt wechseln und dann wieder ernten. Hm. Ich mein, der hat 1,5 Gigabyte. Das ist jetzt nicht so viel. Nee. Ja, guck mal, das sieht doch mit meinem Gaming-PC hier schon richtig cool aus. Hahaha. Kommt da noch ein bisschen Deko drauf. Oh Gott, was war das mit meiner Stimme gerade? Ja, kommt da noch ein bisschen Deko drauf. Und eine Getränkeflasche darf natürlich nicht fehlen. Die natürlich nicht über die Tastatur ausgekippt wird. Ich dachte, du stellst die oben drauf. Geht nicht. Ach so, ah, wolltest du? Mhm. Hä, 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 hä. So. Wie viele Rüben habe ich denn jetzt mittlerweile? 19. Oh, ich habe keine Fische, die ich ins Aquarium packen kann. Das ist natürlich höchst traurig. So, jetzt gucke ich, dass ich ein bisschen Safran ernten gehe. Ich glaube, da braucht man nur ein, so wie ich das gesehen hatte. Ja, ein, ach so. Ach so. Oder drei. Eins von beiden, da bin ich mir nicht sicher. Ich schaue schnell. Wir müssen ja auch nur ein legendäres Rezept herstellen und nicht zehn. Ich bin die ganze Zeit bei zehn. Nee, Moment, wir müssen zehn legendäre Gerichte herstellen. Genau. Aber nicht unterschiedliche zum Glück. Ja, Gott sei Dank. Ja. Zwei Safran. Uh. Heißt 20 Safran insgesamt. Mhm. Oh, 50 Zucker ist halt auch schon echt viel, ne? Mhm. Ich habe einen Erfolg bekommen. Ach nein, ich habe den Supermarkt-Simulator runtergeladen. Hahaha. Ah, da würde ich vorher, bevor du anfängst, noch reichlich nach Mods gucken, weil es gibt eine deutsche Grafik-Mod, die alle Artikel durch bekannte deutsche Artikel ersetzt. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ich muss das dann auch noch machen, ne? Weil wir wollten das ja dann zusammen machen. Was? Was? Ja, wir wollten das doch zusammen spielen, weißt du nicht mehr? Nee. Ich dachte, wir spielen Planet Crofter. Ja, das auch. 31. Ja, ich habe dann jetzt schon fünf Safran. Okay. Also, ich glaube, du kannst dann gleich auch diese Methodik machen. In Mayas Market und dann immer zum Teleporter runterjumpen, zum Feld, abernten. Hm. Hm. Mhm. Das bisschen Wolfram nehme ich natürlich auch noch mit. Ja, ist ne super Idee. Uhu, ich hab schon 10 Safran. Die Hälfte von dem, was ich benötige. Ja, bist auf jeden Fall schneller als ich. Ja. Obwohl, du musst ja noch die rote Beete sammeln. Ja. Also hier wächst zwar viel, aber es ist halt super verteilt. Mhm. Ich kann dir ja alles Zucker geben, was ich dann überhaupt. Mhm. Ich guck mal, wenn ich, äh, noch Safran so sehe, dann bringe ich davon an, nach welchen mit. Dann kannst du den haben. Mhm. Oh, Gold. Ja, das würde ich auch nehmen. Hallo. Abgehoben. Hallo. Oh no, es tut mir leid. Ich hab bis jetzt, ich hab nicht gesehen. Es tut mir leid. Hi. Oh Gott. Mein Spiel dreht ruhig. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass das Schicksal ist, dass ich den Supermarkt-Simm installiert habe und Fabi im Chat spawnt. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Hat der da wesentliche Verbindungen zu oder was? Naja, er hat's letztens gespielt. Oh. Hallo Credo schließt. Hallo, ihr seid ja doof. Hahaha. Ich sehe ein neues Audioset auf absolut richtig nicht eingestellt. Ich hab einfach nur alles ineinander gesteckt, damit es funktioniert. Hast du nicht den Supermarkt-Simulator letztens mit Nick und Erik gespielt? Hört man, wirst abgehackt, wenn du zu leise wirst. Ja, ich weiß. Das darfst du dann machen. Ich erzähl dir eine Geschichte oder so und du... Das spreche ich jetzt nicht so aus und du darfst alles einstellen. Wenn ich das so ausspreche, wie ich es im Kopf habe, dann kommen wieder falsche Gedanken. Ach, ich dachte, du wolltest sagen, du willst, dass er daran rumspielen darf. Ja, er darf an meinen Knöpfen spielen. Ah. Haben wir alle richtig verstanden. Geschichte! Yes! Meine Güte, was ist heute mit meiner Stimme los? Junge, Junge. Klingt wie ein 15-Jähriger am Stimmbruch. Bisschen zu viel rumgekreischt. Nicht rumgekreischt. Mhm. Ich spiel gern an deinen Knöpfen. Na dann hast du zu dem Zeitpunkt dann... Äh... Genau. Du darfst. Okay. Aber was ich eingestellt habe an dem GoXLA ist, dass meine Knöpfe orange sind. Haha. Nicht rumgekreischt, er rumgestöhnt? Was? Also bei den Kommentaren würde ich auch nonstop rumstöhnen. Mhm. Einfach nur, wenn man so viel Damage bekommt. Ja, Gehirndamage. Ja. So. Ja. By the way, was macht das Headset? Ist okay. Ist noch so okay. Hä? Was? Also es ist äh angenehmer. Also es ist jetzt angenehmer als das alte. Also ich spüre nicht, dass ich äh... Kopfhörer auf habe. Also ich spüre es von der Brille her nicht. Es drückt nicht. Ähm, ich hab dir... Fahr doch jetzt nicht weg. Ich hab dir Safran gesammelt. Wo bist du denn? Bleib mal stehen. Oder komm zu mir. Oh, verdammt. So, wie kann ich denn was rausschmeißen und dabei aufteilen? Äh, STRG X. STRG X. Wer hätt's gedacht? Alter, man könnte meinen. Fabi hat Ahnung. Hm. Von was? Die Stimme ist, egal wie oft ich mit ihm diskutiere, im Endeffekt weiß ich, dass er sowieso recht hat. Das ist... Also jedes Mal läuft es darauf hinaus, dass er sowieso recht hat. Du machst ja eindeutig irgendwas falsch. Nein, weil so... Weil alles was mit Technik zu tun hat, brauch ich halt einfach gar nicht mit dem Diskutieren. Das nützt nichts. Oh, äh, eine Sekunde. Kann ich nach Hause teleportieren? Oh, noch sechs Minuten. Das können wir auch eben fix fahren. Ups. Oh. Oh. Danke. Oh. 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 Ja, ja. Ich habe zurückgekehrt. Jo, willkommen zurück. Ähm, ich glaube, äh, Schatzi, haben wir Samstag was vor? Samstagabend? Okay, gut, dann habe ich was vor. Nein, nein, du hast nichts vor, ich habe. Jo. Äh, Fabi passt bei dir Samstag auch? Das hättest du vielleicht vorher mal klären müssen. Samstag ist der einzige Tag, bei dem es bei mir diese Woche klappt tatsächlich. Oh. Morgen ist ja wieder Ström. Jo. Und Sonntag, äh, sind wir wieder bei Juggies Eltern abends. Nice. Mhm, gibt lecker Essen. Uh. Und man kriegt übrigens voll den Hardcore-Damage, wenn man in Kurven fährt. Ach so, ja. Ja, wenn man sich zu weit runter lehnt, ne? Ja. Ja. Also das Wochenende muss ich durcharbeiten. Kommt also ganz darauf an, wie stressig es wird. Dann machen wir es so, wie es am besten passt. Wenn du, äh, Zeit, Geduld und Lust dazu hast, das zu machen, dann sag einfach Bescheid. Und dann, äh, werde ich nicht lange brauchen, um auf dem Teamspiel zu spornen. Eigentlich wäre das, glaub ich, ziemlich lustig, dem einfach nebenbei zuzuhören. Was für Katastrophen da zusammengedichtet werden. Was, wie, wie, was für Katastrophen zusammengedichtet werden? Ja, wenn der da an deiner Audio rumspielt und dann da ganz komische Töne von dir kommen. Was denkst du, was für komische Geräusche von mir kommen? Naja, wenn das Audio-Profil hochgestellt wird, wirst du total piepsig. Ach so meinst du das. Wo hast denn du jetzt schon wieder dran gedacht? Ach nix. Er sollte also wirklich an deinen Knöpfen rumspielen? Nein. Hahahaha. 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 Irgendwie find ich den Korrosaurus Rex ein bisschen, ähm... Hart nervig. Angstseinflößend. Ach so, weil das ein Mann im Kostüm ist. Ja, der durch meine Wohnung läuft. Genau. Und heimlich von dir Fotos schießt. Und ich habe mich beim Schlafen beobachtet. Und dann durch den Reißverschluss so eine Kamera kommt. Ja. Aber, Fabi, ich, ich weiß, ich hoffe, ich hoffe inständig, dass das jetzt mal funktioniert. Ich hoffe, dass sie nicht schon wieder irgendwie verpackt ist. Das ist jetzt. Ach, da ist er. Tja mal. Ein Schmutz. Ein Schmutz. Ein Schmutz. Die Katze hilft mir beim Heilen. Ich mach das Ganze schneller. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Also ein Riesenschmuse-Tiger wäre schon süß, oder? Ja. Halt dich fest. Sternstaub-Energy-Drink zählt nicht als Gericht. Das sieht eigentlich nicht so aus. Ich verspreche es. Warum? Ja. Eigentlich sieht es so aus. Einfach draufwerfen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Schmus kaputt geht. Oh yeah. Oh Gott. Ja, ähm, wollen wir zu Planet Craft darüber wechseln? Noch so ein bisschen? Äh, ja, können wir machen. Das mit dem Stern-Energy-Drink hat mir jetzt den letzten Rest gegeben. Komisch. Außerdem fängt das Spiel an, immer schlimmer zu buggen. Und irgendwie jedes Mal, wenn die ein neues Patch einspielen? Hm. Oh Gott. Du musst deine Szene noch anpassen. Ja, ich weiß. Äh, by the way, wegen dem Mikrofon, woher wusstest du, welchen Mik-Type du nehmen musst? Er hat's mir gesagt. Ich habe... Achso, ne, ich wusste gar nichts. Ich hab einfach irgendwas eingestellt. Ich hab, äh... Kondenser eingestellt. Und dann, ich glaub, dieses, äh, plus 48V oder so. Ja, ich glaub, das ist eingestellt. Ja. Ja. Warum nicht? Keine Ahnung, da war nur, äh, Dynamic, Kondensator 48V und, äh, irgendwas anderes. USB. Ja. Das ist eigentlich ein dynamisches Mikro. Das braucht keine 48V. Also, normalerweise, die haben wohl einen Überspannungsschutz eingebaut. Ja, was ich wollte. Wow, ja. Schade, noch kein Wasser da. Hätte mich auch gewundert, wenn vom AFK oder nicht, äh, das Spiel nicht laufen lassen, hier Wasser wächst. Äh, Wasser. Ob, wie auch immer. Mein Kollege hat schon mal erfolgreich einen Mik gegrillt. Also, da kommt so Magic Smoke. Uh, fancy Side Effects. Eine einmalige Aktion. Mhm. So. Wir brauchen, ja, eigentlich diesen Algen-Dingens, damit wir noch einen Blumenverteiler machen können. Mhm. Ich sterbe gerade. Das ist natürlich höchst tragisch. Hm, nö. Ich glaube, ich habe den Save-Game ein wenig zerlegt. Warum? Ach, ich habe das Spiel beendet, ohne zu speichern. Also, es könnten ungefähr eine Minute Fortschritt verloren gegangen sein. Ach so, ja, du hast ja noch eine Minute weiter gespielt, als ich, äh, schon da war, oder? Ja, ja, genau. Ja. Das ist dann nicht so schlimm. Okay, ich sehe, du merkst nicht ganz, worauf ich hinaus will. Hä? Ach so, du willst, dass ich umstelle, richtig? So, jetzt habe ich auf Dynamic umgestellt. Hm. Naja, die sollten aber... Hä, warum bist du jetzt so leise? Ja, weil ich auch auf Dynamic umgestellt... Warte. So. Was zur Hölle? Ich bin immer noch genauso laut wie vorher. Ja, ich habe auf Dynamic umgestellt. Okay, du bist genau gleich laut. Die haben also einen Schutz verbaut. Ja, das ist gut. Das wäre schade gewesen, wenn mir das neue Mikro jetzt schon abgeraucht wäre. Naja, hast du die Anleitung gelesen? Nö. Hm. Sollte ich das? Ja, eigentlich schon. Na, dann passt das ja bei dem Ding. Aber was sein musste, war, dass ich direkt die Kohle-Augen draufgeklebt habe. Das war eine der wichtigsten Sachen eigentlich. Ja. Kann man halt nicht anders sagen. Ähm, aber vergesst nicht, wieder aufs Speichern des Mikrofons zu klicken. Ja, danke. So. Aber laut Stärke-Technisch sollte ich eigentlich auch gleich geblieben sein. Glaube ich. Nee, nicht ganz. So. Auweia. Hat der jetzt was ge... Ja, jetzt bin ich... Nee, jetzt bin ich... Oh, oh. All... Ja, okay. So geht das. So. Jetzt habe ich wieder das... Oh, wow. Was haben wir freigeschaltet? Ähm... Weiß ich nicht. Ach. Ich habe nicht hingeschaut. Warte, ich schaue... Ich nehme mich auch nicht. Ich schaue schnell nach. Pflanzkübel? Oh, nee. Eigenen... Äh... Generatorstufe 2. Oh. Welches Mikrofon benutzt du? Ja, ich sollte das mal machen. Ich benutze das... Maono. Gesundheit. PD200X. Doppeltgesundheit. Ja. Das war ein bisschen günstiger. Ist aber auch ein dynamisches. Ich habe gerade drauf geguckt. Oh. Ich muss noch speichern. So, was wollen wir überhaupt bauen? Eigentlich müssten wir auf Erkundung gehen, oder? Ja, in der Zeit kann der ganze Bumstier auch weiterladen. Boah, ich muss gleich echt Feierabend machen. Meine Stimme wird... Fühlt sich immer schlimmer an. Vielleicht solltest du mal was trinken? Ich habe gerade was getrunken. Das hat nicht geholfen. Hm. Was machst du denn auch? Weiß ich doch auch nicht. Aber immer, wenn ich viel rede, fängt meine Stimme an irgendwann zu verkacken. Das ist ein bisschen ungünstig. Dann musst du ein bisschen Hotline machen oder sowas, dann... Hört das auf. Hm. Haben wir noch irgendwo was zu schnecken? Äh, vielleicht. Ich warte die ganze Zeit, dass die Pflanzen hier fertig werden. Ja, da kannst du lange warten. Das dauert gefühlt Ewigkeiten. Ja, ne? Das geht, glaube ich, erst ein bisschen schneller bei dem Nahrungszüchterstufe 2. Okay, ich habe gerade auch mal geschaut, dass von ihm kann 48 Volt braucht und muss aber nicht. Hm. Hm. Glück gehabt. Wie gesagt, wenn du es Samstag bei dir passt, von allem her, dann darfst du an den Knöpfen rumspielen, wie du lustig bist und ich werde dir eine Geschichte dabei erzählen, damit du hören kannst, ob es gut oder nicht gut ist. Also, was ich auf jeden Fall bei der ganzen Aktion empfehlen kann, ist, mit langen Begriffen, die viele M's haben. Also irgendwie so, äh, Himmel, dass man das M betont, weil das cuttet das GoXLA echt schnell raus. Ja, und sonst die ganze Zeit an der Dampfe ziehen, das hilft auch. Wow. Ich dampfe aber nicht. Außer vor Wut schon mal. Sei froh. Ja, aber beide so verdammtes Glück, dass ihr die Mikros nicht zu Briefbeschwerern gemacht habt, vor allem deins nicht. Hm. Ach. Einfach bei, äh, Amazon einschicken. Ich glaube, dass sie gegen eigene Dummheit auch nichts machen. Kannst ja schreiben, hast du an, äh, GoXLA angeschlossen und danach hat's nicht mehr funktioniert. Nee, und bei... Naja, das ist ja automatisch auf Dynamic ausgewählt. Das ist es auch, wenn nix angeschlossen ist. Mir ist am wichtigsten Neu... Neu-Skate, D-Esser und A-T-U-A-T-U-N-E-T-E-Gesundheit. Ja, okay. Okay. Ja, genau. Ich vertraue dir da, du machst einfach und dann sind wir alle glücklich. Du darfst an meinen Knöpfen spielen und ich, äh, und ich rede dabei mit dir. Ich hätte vielleicht Sauerstofftanks mitnehmen sollen. Na, und wieso nicht einfach so ein Wohnhaus? Oh, ich mag das nicht. Dann spawn ich da, ja. Ja, aber Sauerstofftanks können wir nicht mehr herstellen. Ah no. So. Was wollen wir eigentlich noch bauen? Weiß ich nicht. Hm. Das ist schlecht. Jetzt nutzt du ja doch so ein Haus. Ja, weil ich nicht schon wieder zurück wollte. Hm, hm. Oh, jetzt zieht auch noch so ein Kacksturm auf. No, glum. Guck mal, hier ist schon alles voll mit Wasser. Ja, ja. Oh, Mammvieh. Schweinerei. So, Moment, mein Inventar ist doch mittlerweile groß genug, dass ich es mitnehmen kann. Muss hier nicht eigentlich irgendwo noch eine Truhe sein? Sind doch eigentlich immer an den gleichen Orten. Ja. Und ich finde hier kein Kack Aluminium. 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 Sie erklärt ihn zu meiner eigenen Sicherheit nicht, dass einer sagt, ich dürfte das nicht. Ich weiß genau, was dieser Clip beinhaltet. Also, ich würde jetzt nicht anhand der Überschrift sagen, dass du ihm erlaubst, an deinen Knöpfen zu spielen. Hm. Äh, by the way, alles Gute zum Zehnjährigen auf der Arbeit. Danke, danke schön. Und, hast du einen Urlaubstag dafür bekommen? Nein, aber ich kriege Geld dafür. Uh, wir kriegen drei Urlaubstage. Ähm, ich kriege, also ich weiß nicht genau wie viel Geld, das steht in der nächsten Gehaltsabrechnung erstmal drin. Ähm. Oh, da kann man auch nicht meckern. Ja, und, äh, ich habe noch zusätzlich einen 25 Euro Amazon Gutschein bekommen. Hm, nice. Yes. Und am Ende ist das so ein Döner. Wahrscheinlich. Du hast Kuchen gebacken? Äh, aber no shit, der Kuchen sieht reudig aus. Ich habe den nicht gebacken, den hat eine Arbeitskollegin für mich gebacken. Ähm, das ist ein Maulwurfkuchen. Ja, war so blind, hat die falschen Zutaten ausgewählt? Nein, äh, der muss so aussehen. Der Maulwurfkuchen sieht genauso aus, wie der aussah. Weil der besteht quasi aus einer Schicht, ähm, Schokokuchen quasi, also Kuchenteig, wie auch immer. Dann kommt da oben drauf ein Riesenberg an Sahne. Und, äh, also, auf dem Kuchenteig kommt noch, äh, kommen noch Bananen drauf. Und dann kommt eine riesige Schicht, ähm, Sahne oben drauf. Genau, Sahne. Und, äh, danach gibt es dann wieder, ähm, den gleichen Schokokuchen, also den Boden quasi zerkrümelt oben drauf, damit es halt aussieht wie ein Maulwurfkuchen. Oh Gott. Bruder, was ich dir da für eine Torte hingewallert hätte. Aber ich liebe diesen Kuchen. Ich will keine Torte. Ich will genau den haben. Der muss auch nicht schön aussehen, weil wenn ich den esse, dann sieht man das sowieso nicht mehr. Jetzt muss ich auch gucken. Ja, der war lecker. Das muss nicht gut aussehen, das muss schmecken. Das sieht aus wie ein hässlicher Oreo-Keks. Es ist doch egal, es schmeckt gut. Oder? Das ist doch ein hässlicher Oreo-Keks. Ihr seid doof. Ach, solange er geschmeckt hat, ist doch alles in Ordnung. Du bist gemeinfarben. Außerdem wüsste ich nicht, was du an dem Ding schöner machen willst. Also. Ein Fähnchen oben drauf stellen. Ja, wahrscheinlich. Oh, das war drauf. Das habe ich... Doch, warte mal. Das war drauf. Da war ein Fähnchen oben drauf. Einen komplett anderen machen. Nee, ich will aber keinen anderen. Ich wollte genau den haben. Das ist mein Lieblingskuchen. Bäckereiunfall. Mit ganzen Maulwürfen. Wenn er geschmeckt hat, ist... Ja gut, kaufe er. Jetzt hätten wir das... Kaufe selten, was heruntergefallen ist. Ach, ihr seid so arschig, ehrlich. Wir pflanzen auch voll die falschen Sachen an, ne? Wieso? Aubergine geben 25, Kürbisse 40 und Bohnen 60. Ja, die Augerginen pflanzen wir auch hauptsächlich an, weil wir die für Dünger brauchen. Ah. Wir brauchen pro Dünger zwei Augerginen. Äh. Scheiße, ich habe nichts zu essen mitgenommen. Ich bin doof. Ja. Darauf wollte ich keine Antwort haben. Das war nichts, wo du deinen Senf dazugeben solltest. Gar nichts. Nicht? Nee. Ah, verdammt. Egal, da oben in dem Schiff hier ist bestimmt... Blut. ...was zu essen drin. Ach so. Das bestimmt auch. Ja, da war eine Fahne drauf. Hm. Ach, bei uns gibt's morgen übrigens Frühstück. Hm. Oh, fuck. Ich muss noch die Herdplatte einpacken. Dieser Kackschatten sieht immer aus, als ob es hier Wasser wäre. Guck mal, vielleicht finde ich noch Pilzsporen. Ja, gehen wir auf die Suche nach Pilzen. Und ich würde dir raten, außerhalb des Raumschiffes ein Gebäude zu bauen, wo du dann Lager drin aufbauen kannst. Dann kannst du nämlich öfters reinlaufen. Und bevor du nämlich jetzt voll bist und nichts bauen kannst. Ich muss das ganze Zeug auch irgendwie wieder zurückbekommen, ne? Ja, später mit Teleportern. Ja, dann kann ich mich auch zum Schiff teleportieren. Ja, ja, aber dann musst du ja nochmal durchs komplette Schiff durch und vielleicht übersiehst du ja jetzt Pilzsporen. Du brauchst nur noch ein Titanium dafür. Ich will kein Ding spawnen, außerhalb von dem Schiff hier. Warum denn nicht? Weil ich das nicht will. Wie oft willst du denn dann da noch hinlaufen? So oft, wie es halt nötig ist. Okay. Ich wette mit dir, wenn ich da gleich hinlaufe, finde ich bestimmt Pilzsporen. Ich hab welche gefunden. Uuuu. Dann brauchen wir nur noch Wasser. Also, Iridium suchen ist ja auch eine Aufgabe, um bescheuert zu werden. Es wird Zeit für Drohnen und, äh, Sachen. So. Ja, du hast ein Traum. Oh, 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 gut. Wie bist du eigentlich so schnell zu dem Schiff gekommen? Ich bin gelaufen. Hast du Abkürzung genommen? Ja, durch die Höhle. Ah, welche? Sag ich dir nicht. Warum? Weil du mir dann alles da hinterm weglootest. Ich bin froh, dass ich mal was gefunden habe, was du noch nicht gelootet hast. Hm, sagt der Loot-Goblin. Was denn? Du weißt hier in diesem Spiel gefühlt schon, wo alles liegt. Nein. Doch. Und die Truhen sind random. Das ist scheißegal. Du weißt, wo du sie findest. Äh. Ach so, ja. Und jetzt lootet er dabei gerade eine goldene Truhe. Ich glaube es auch. Aber da ist nichts. Oh, kacke. Das sieht aus wie ein Penis. Was? Nichts. Ja, äh. Ich hab zumindestens ein Chip geklaut. Hm. Oh mein Gott. Ich hab mich nur dezent erschrocken. Dann ist ja gut. Weißt du, wofür man Obsidan braucht? Absolut nicht, nee. Ah. Okay. Ach so, das gab's bei dir noch nicht? Äh, doch, wahrscheinlich schon. Aber ich hab's schon wieder... Äh, wieso ist hier Wasser? Ja, genau. Das hatte ich auch schon mal. Oh, hier ist kein Wasser. Ja. Hier ist Lila. Oh, ich bin in der Pilzhöhle. Oh mein Gott. Alter. Alter. Was denn? Nervst du da gerade rum? Was? Ich sagte, nervst du da gerade rum? Wieso denn Nerven? Ich habe uns neue Sachen beigebracht, die wir jetzt bauen können. Ja, find ich, äh, das find ich gut. Ja, das dachte ich mir nämlich. Aber Hauptsache erstmal rummeckern, ja? Ja, selbstverständlich. Ah. Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Du machst mich fertig mit den Nerven. Mit den Nerven? Mit den Nerven. Ja. Oh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich verlaufen habe, aber... Tja, Pech gehabt. Äh. Ich habe genügend Überlebensmaterialien dabei. Das freut mich für dich. Ähm. Wäre es sinnvoll, mal für unsere Hütte so ein Biegen zu bauen? Und was? Oh, ich habe unsere Bude gefunden. Ne, ich höre, dass, äh, die Rakete starten und wusste dann, in welche Richtung ich laufen muss. Oh, wow. Äh. Hast du schon mal zwei Raketen aneinander gestartet? Ja, das funktioniert nicht so gut. Muss nur schnell sein. Hm. Kaum komme ich nach draußen, werden wir von Kometen angegriffen. Nicht meine Schuld. Nein. Nein, überhaupt nicht meine Schuld. Ich bin unschuldig. Okay. Aber wir haben jetzt so ein Display dafür, ne? Wie Display? Äh, wie viele Raketen wir schon nach oben geschossen haben? Hm. Glaube ich. Äh. Wir haben eine Bildschirmkarte. Übertragung. Oh. Und wir haben eine Bildschirmkarte. Nee, GPS. Ja, ja, aber damit kannst du die Karte freischalten. Dass man auch was sieht. Glaube ich. Nee, es gibt noch eine extra Kartenrakete. Verdammt. Musst du denn hier immer die Hoffnung zerstören? Entschuldigung. Kann ich auch anlügen. Ich mach dich fertig, wenn du nicht gleich den Chat liest. Oh, 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 shoot, warte, warte, wo hab ich aufgehört zu lesen? Ja. Was denn? Die letzte Nachricht, die ich gesehen hab, war da, ja, da war eine Fahne drauf und die anderen, die kamen jetzt innerhalb von, keine Ahnung, zwei Sekunden gefühlt. Zeit bloß still, ich kann nichts dafür, dass meine Stimme immer höher wird. Ach, ist doch alles sehr lustig. Wenn du Kaffee trinkst, trinkst du aus einer speziellen Tasse, wenn ja, warum? Weil die genauso wie ihr Dienstjubiläum schon zehn Jahre alt ist und sich da im Inneren, wie bei guten Teetassen, eine Kruste gebildet hat, die dann so langsam abflaggt. Ich schlatsch dich gleich. Die hier benutze ich hauptsächlich. Warum ist, glaube ich, offensichtlich? Weil sie weiß es. Nein, weil Harry Potter drauf ist. Was? 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 Ich hab da was gefunden, aber wenn die nicht, äh, verwenden würde, wär's schade drum. Oh, hau raus. Das Ding ist, ich benutze aktuell die Tasse, weil es die letzte ist, die ich geschenkt bekommen habe. Auch von meinen Kolleginnen übrigens, nur zur bestandenen Prüfung. Oh, also das find ich cool. Ich hab zur Prüfung nix bekommen. Ja, ich hab, ähm, genau, das war da, wo ich die 60 Euro, äh, Steam-Guthaben geschenkt bekommen hab, die Tasse. Und, war da noch irgendwas bei? Ich weiß es nicht mehr. Ja, nee, ist eine Überraschung und Stinky mag keine Überraschung. Das find ich wiederum toll. Oh, das ist lustig. Ich weiß nicht, was daran jetzt lustig sein soll. Oh, wenn man sieht, wenn die, äh, wenn's unangenehm wird und man das im Gesicht erkennt. Ähm, dein Mikrofon ist aus. Haha, dein Blick. Also ich hab, äh, du warst ganz plötzlich weg. Ja, ich hab mich verklickt. Äh, ich, ich sagte, eigentlich ist das ganz nett, weil du dir das Unangenehme dann im Gesicht lesen kannst. Was meinst du? Ja, mit Überraschung. Also ich hab einen Kollegen, dem geht das genauso. Und man sieht das richtig in seinem Gesicht, wie unangenehm ihm die gesamte Situation ist. Ja, mir sieht man's auch einfach komplett an. Und dann gibt es bei uns Kollegen, die setzen es drauf an. Hm. Ja. Ich sag nur damals, als der, äh, Holzwolf an der Wand, äh, du wusstest auch nur, dass es von mir ist, weil ich ein, ja, ja, das, das war der einzige, wirklich der einzige Grund, warum ich wusste, dass das von dir ist. Beziehungsweise bei dem Holzwolf, das, das war nicht, war das von dem, bei dem Holzwolf, oder war das, nee, ich glaub, das war bei den Batterien schon, oder? Ich hab kurz Panik gekriegt, weil er mir Batterien für den, äh, für die Beleuchtung für den Wolf geschickt hat. Und die kamen halt zuerst an. Und ich, äh, dachte, ich hätte mir irgendwie gefettfingert und Batterien bestellt. Das war nicht so lustig. Hm, irgendwie doch ein bisschen. Nein, überhaupt nicht. Ach, stimmt, ich glaub, bei dem Wolf war's das. Ja, 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 genau, es kamen zuerst die Batterien an und, äh, da hattest du den Zettel schon mit, äh, beigeschrieben und da war der Smiley mit drauf und du bist gefühlt der Einzige, der den verwendet, von den Leuten, die ich kenne, äh, und, äh, dann, ja, dann, dann, nach längerem Überlegen wusste ich dann, nachdem ich den Zettel gefunden hab, weil den hatte ich auch erst mal gar nicht gesehen, ähm, dann wusste ich, dass das von dir kommen ... müsste. Ich hätte mal Uhu gedroppt. Hm. Doch ist schon ein bisschen lustig. Ja, in dem Moment fand ich das echt nicht so lustig, als ich die Batterien da ausgepackt hab. Ich hab panisch in meinen Amazon-Account geguckt und geguckt, ob ich nicht irgendwie gefettfingert hab. Ich hab, glaub ich, sogar mein Passwort geändert, weil ich mir unsicher war. Guck mal nach rechts. Und auf dem Fußboden. Jetpack. Ja. Schankedön. Das waren die Kometen, die du jetzt gerade runtergejagt hast. Ja, cool. Als ob, nein, tatsächlich schon. Ich dachte, irgendjemand hat meinen Account gejagt und mir Batterien bestellt. Ich weiß gar nicht, was da dran jetzt so lustig sein soll, echt nicht Ich muss nur gerade dran denken kennst du das Video von Eos Andi wo er Fanpakete auspackt? Nein Und wo er, ich glaube 40 Rollen Zeva bekommt? Nein Weil Gronkh im Stream gesagt hat wenn ihr ihm was schicken wollt dann schickt ihm Zeva und er hat es kartonweise bekommen Oh shit Die haben es halt direkt über Amazon an seine Postadresse geschickt Hört man öfter eine Welle von gehackten Amazon Accounts wo ein Kilo Pakete Batterien bestellt wird Ja Eine Packung Ja Ja Ist doch alles dasselbe Mann Ich finde das übrigens cool der Anzug färbt auch das Jetpack Oder habe ich das gerade ver... Wow Nee Ich glaube Ja Wird auch eingefärbt Das sah gerade so gut aus Stinky lutscht Knopf Batterien wie Mentos Wow Knopf Batterien sind echt nicht lustig Der Brandverursacher Nummer 1 in Büros Neben Kerzen Der Schatten hat sich gewandelt Wir haben Wasser Ja Ja Bau so einen eigenen Produktionsteil Können wir direkt drauf kloppen Oh Hier ist auch Wasser Langsam kommt es Wir sind auf Höhe Hä Wo hast du denn Wasser gefunden? Oh Da stehst du Okay Ich habe nicht gesehen wo du stehst Ja Hier Und ich dachte das wäre das MG Feuer durchs Büro AIDA Das passiert zum Glück Nur in den USA Wenn es brennt Amazon war es Und nicht die Leute Da bin ich dann kein Absender drauf Und nicht die Leute die einfach Knopf Batterien in den Batterien Auffangbehälter schmeißen Ohne sie abzukleben Die muss man abkleben? Selbstverständlich Weil die da durchpurzeln können Und dann Zwischen zwei Lipo Akkus zum Beispiel Kontakte herstellen können Und dann macht es Boom Und das ganze brennt mit 1400 Grad ab Gut dass ich noch Keine davon weggeschmissen habe Sei froh Ich will jetzt nicht sagen Ich will jetzt nicht sagen Dass wir irgendwie In meiner alten Firma Aus Erfahrung sprechen können Oh das ist bitter Hm Das war es dann mal Mit dem Batterieschrank Oder in meiner ganz alten Firma Haben sie Autobatterien Also für Brandmeldeanlagen Notfallbatterien Im Auto hinten mit transportiert Und dann sind dann mal so Schraubenzieher runtergefallen Und dann haben die Kontakte Kurz geschlossen Und du fährst mit einem Schallisolierten Auto Durch Hamburg Und hinten brennt die Karre Und du kriegst es nicht mit Äh Stinky hat aber keine Lipo Akkus Die sie entsorgt Ich weiß Das kann auch bei mehreren 1,5 Volt Batterien passieren Aber naja Ja auf der Arbeit zum Beispiel Also bei uns Sind da halt auch zum Teil Lipo Akkus mit drin Ich weiß nicht Ich glaube bei uns nicht Naja einige Wiederaufladbare Batterien Sind zum Beispiel Auch Lipos Ich hab keine Also nicht hier zu Hause Auf der Arbeit vielleicht Aber da Gib ich die dann einfach An eine Abteilung Und die muss sie dann entsorgen Das ist dann nicht mehr mein Bier Ja Genau Richtig gemacht Äh Kinder 3 Uhr morgens Zeit die Arbeit In Brand zu stecken Oh wow Oh wow Siehst du nur auf der Überwachungskamera Wie Manni ins Büro läuft So ein paar Klopfzellen In diesen Batterieauffangbehälter Schmeißt Und wegläuft Haft morgen Urlaub Oh wow Und morgen brennt die Bude Bei euch Das Ding ist das wird bei uns Nicht passieren Weil ich glaube Dass dieser Behälter Irgendwo Draußen Unter einem Dach Steht Also Draußen aber nicht Mit dem Gebäude Verknüpft Aber schon überdacht Aber schon überdacht So wir können Theoretisch Ähm Sobald das Wasser Hoch genug ist Direkt einen Algen Generator Stufe 2 Bauen Oh Hast du alle Materialien dafür Äh wir haben Bioklumpen Dann brauchen wir noch Zweimal Dünger Und Legierung Oder? Hast du noch welche? Ne wir brauchen vier Äh zwei Legierungen Haben wir Okay dann brauchen Vier Vier Noch Äh Also noch Zwei paar Ähm So die haben wir Brauchen wir für Dünger Auch Legierung Äh nö Aber Vielleicht können wir Direkt zwei dahin Flanschen Oh wow Vielleicht fangen wir Erstmal mit einem an Ja Okay Äh Äh Mit Leuchtspur Geschossen Ballert man auch Nicht durchs Büro Und nen Ähm Hier Wie heißen die Pfeile Von den Nerf Dart Mit Benzin Überkippen Und anzünden Und wegschießen Zählt nicht Ach Nein Können Wir können noch Keine Stufe Zweier Bauen Wir brauchen den Stufe Einser Um den Stufe Zweier Bauen zu können Warum das? Aber Äh Weil wir Algen brauchen Für Dünger Ah Aber wenn ich noch Eine Äh Ein Magnesium Finde Dann kann ich Zwei Algen Ressorts bauen Ja Äh warte Tada Danke Danke Hello So Ich mein das Wasser Sollte ja jetzt ein bisschen Gestiegen sein Sodass das passen könnte Vielleicht Nur die selbst gedrehten aus Stahl. Nee, also da würde ich eher welche aus Aluminium oder Titan nehmen. Und dann vorne einen Stahlstab reinsetzen als Dart. Damit die auch leicht sind. Und dann würde ich aber noch die Feder verstärken. Wow. Ich hab... Komm gleich wieder. Du wolltest noch einen zweiten bauen und hast was vergessen? Nein. Ist das eine Lügenstimme? Nein. Wofür brauche ich eine Wasserflasche, wenn ich das Scheißteil literally auf Wasser platziere? Äh... Du hättest auch was sagen können. Ich hab eine dabei. Hm. Tja, die Lügenstimme hat verloren. Oh, hier haben wir auch schon Wasser. Oh, jetzt läuft's weg. Oh, ne. Kommt wieder. Oh, hier wächst Seegras. Jo. Die erste Dusche seit... Wie lange existiert diese Welt? Kann ich nicht sehen. Wie die erste Dusche. Naja, das ist... Ja, okay. Regen. Ja. So, aber jetzt müsste es doch voran gehen. Jetzt haben wir sogar noch zwei Sachen, die extra Sauerstoff und Bio-Zeug produzieren. Transportieren? Ja, sei still. Ähm. Hm, hm, hm. Also, wir sind jetzt bei... Was brauchen wir denn? Vielleicht 80 Prozent. Oh mein Gott. Bio-Dom-Stufe 2 stellen wir nicht her. Warum nicht? Also, jetzt noch nicht. Ach so, ja, ja. Na, verdammt. Wir schaffen das heute noch auf die nächste Stufe, oder? Äh... Ich muss nur dran denken, dass ich eine Induktionsplatte mitnehme. Der Rest ist mir egal. Okay, cool. Und ich müsste... Dann schaffen wir uns heute noch auf die nächste Stufe. Und ich müsste um 6 Uhr duschen gehen. Was denkst du, wie lange wir noch machen? Du hast gefragt, ob wir das heute noch schaffen. Und heute besteht immer von... Schlafen gehen bis auf stehen. Und dann... Also, von schlafen bis schlafen. Und wenn man nicht schlafen geht, wenn man dann... Draußen das Licht sieht. Hm. Wir haben neues Dekor bekommen. Ich glaub, man sieht, dass ich die... Äh... Das Bio-Lab... Oh, Pilz. Nee, noch nicht fertig. Kürbis. 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 Aubergine, Aubergine, Aubergine. Der Kürbis heißt übrigens Kürbis. Nee, da ist Kürbis. Mit Ü. Und nicht mit Ö geschrieben. Guter alte Kürbis. Nein, Kürbis. Wieso läufst du eigentlich noch? Weil ich's kann. Oh, wir haben's gar einen zweiten. Bonk. Wachstum. 35%. Wie das aussieht. Äh. Was sieht das scheiße aus? Vor allem bei dir im Stream. Was kommt jetzt? Oh, die Emotes funktionieren nicht. Ich hab das nicht... Nein, ich lass das jetzt einfach unkommentiert. Warum denn? Ach, nur so. Was haben wir denn nochmal freigeschaltet bei... Bei der Wärme. Achso, stimmt. Das Biodom jetzt. Genau. Ja. Hätte auch gern was anderes sein können, aber... Ja, ist halt, äh, doof, dass wir für so viele Sachen, ähm, Dünger brauchen. Aber die Musik ist alle. Oh, ja. Also, das... Aber sobald wir einmal, äh, bei den Algen unten abernten konnten... Flashbang. Oh boy. Ähm, sobald wir einmal bei den Algen unten abernten können... Alter. Ähm... Oh, ich seh weiße Streifen. Dann, äh... Dann, äh, können wir den Algenzüchterstufe 2 bauen. Ähm... Oh. Und... Dann können wir hinterher... Das ist... noch mal Blumenverteiler platzieren. Beziehungsweise erst mal das Biodom. Hm. Krieg ich Lob? Hast du fein gemacht. Oh, super. Ah, hier ist der Biegen. Hallo, Oreo. Hallo, Oreo. Äh. Verdammt. Äh. Hm? Jetzt müsstest du eigentlich auf der Karte... Äh, nicht auf der Karte, sondern... Aufm... Oh, ja. Es funktioniert. Was? Guck mal Richtung Lager. Oh, wow. Kartoffeln. Ehrlich? Habe ich es falsch geschrieben? Nein. Gut. Ja, mir ist nix besseres eingefallen. Oh. Man sieht schon die Wasserlinie. Also hier kommt man schon unter die Wasserlinie. Oh. Oh, ja. Und in anderen Gebieten ist schon alles komplett unter Wasser. Ja. Und wir freuen uns hier. Wir freuen uns gerade über die kleinen Pfützen und bei anderen ist halt schon alles komplett fertig unter Wasser. Hm. Das ist halt der Shit. Moin. Moin. Moin, Moin, Oreo. Willkommen, Willkommen. Aber dafür haben wir hier hinterher einen schönen Wasserfall. Oh, ja. Und dann kann man auch noch mit diesen ganzen Glasdingern so richtig geil bauen. Hm. Hm. So. Aber dieses Jetpack macht so einen geilen Geschwindigkeitsboost. Ja. Und vor allem kann man jetzt nicht mehr irgendwo abstürzen und verzweifelt Leertaste drücken, weil man wie beschwören will. Tja, nun, wen könnte das bloß passiert sein? Dir, mir. Glaube ich. Hm. Hm. Oh, man kann die Farbe einheitlich einstellen. Hm. Oh, yeah. Ganz unten. Oh, yeah. Ganz unten. Horror-Modds. Horror-Modds. Ja, oder hier so. Ja, aber es ist fast so. Ja, aber es ist fast so. Außerdem sieht man so die Kolleraugen. Ja. Ja. immer kühl sein von der Unterseite. Ja. Wie so von der Unterseite. An der Unterseite bringt es ja nichts, wenn es kühl ist. Wenn dann oben drauf. Ja, oder oben drauf. Gut ventiliert. Und Oreo kackt sich bei Minecraft ein, weil er ein Horror-Mod spielt. Mh. 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 Besser? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, du kannst das sonst auch noch ein bisschen anschrägen. Nein, kann ich nicht. Ach so. Also du willst das Pimmelgesicht in aller Öffentlichkeit weiter präsentieren? Ja, natürlich. Okay. Nicht nach unten schräg. Nee, so mag ich das aber nicht. So. So ist okay. Oh, oh. Fast. Ja, du möchtest es wahrscheinlich. Warte. Oh, verbunden. Oh, nicht mehr. Das ist wahrscheinlich so, oder? Genau. Ja, ja. Kriegsteinwellen. Aber ich habe gelernt, einfach nicht mit dir zu diskutieren. Da verliere ich sowieso nur. Freunde in... Freunde in PlanetCraft, da haben wir... Jetzt, finde ich, sieht man die Kulleraugen sogar schöner. Wasser. Fabi, du hattest recht. Mal wieder. Oh, Mann. Wie findest du, dass wir hier Wasser haben? Sogar connected jetzt mittlerweile. Es ist ein Traum. Und fast irgendwie Algen. Wahrscheinlich kommen wir jetzt nicht ran, weil die unter der Map gespawnt sind oder so. Nee, auch hier hinten sind die noch nicht. Sicher? Ja, die wachsen unterhalb. Ja, sag ich ja. Die sind unter der Map gespawnt. Meini ist heute lustig und macht Witze. Wann habe ich denn einen Witz gemacht? Oh, ähm. Fast Travel. Was? Oh. Du hast den Schummel-Teleport benutzt. Was? Nee, Fast Travel. Ja, den Schummel-Teleport halt. Ich hab's mir überlegt. Ich sag's nicht. Och, jetzt sag. Bitte. Das ist gemein. Du kannst dich anteasern und es dann nicht sagen. Doch, geht bestimmt irgendwie. Ich bin jetzt auch gespannt. Ach komm, sag bitte. Bitte, bitte. Bist du eigentlich gerade mit dem Kopf gegen das Mikrofon gehauen? Nein. Oh, das hat sich wieder nach Lügenstimme angehört? Nein. Warum soll ich bitte sagen? Nein, du sollst nicht bitte sagen. Du sollst es mir bitte sagen. Also du sollst... Mann! Die Verwirrung ist stark in dir. Hast du gesehen? Was denn? Wir sind bei 95%. Nein, hab ich noch nicht gesehen. Also werden wir gleich 100% erreichen. Und dann... Ja. Und dann wird das Wasser nicht weiter ansteigen und die Fitze bleibt. War das zu stumpf? Muss ich darauf wirklich antworten? Ich hab gehört, du bist groß, erwachsen und darfst eigene Entscheidungen treffen. Du... Ich hab unsere ersten Algen aus dem Boden gegrabt. Irgendwie. Cool. Ja. Ja. Ihr macht mich fertig. Oh, wir geben uns Mühe, würde ich behaupten. So, komm. Ah, das zweite Mal Algen. Dann darfst du sehr gerne so eine Algenresort Stufe 2 bauen. Ja, brauchen wir nicht doch drei Algen? Ich habe nur zwei. Ach so, ja, du brauchst drei Algen. Mieste Gieste. Das ist definitiv noch nicht fertig, was hier in Algen ist. Ja, noch nicht fertig. Ach so, da steht noch nicht fertig. Wieso schwebt das in der Luft? Weiß ich nicht. Ja, und hier sind überhaupt keine Algen. Äh, ja, Oreo, ich habe einen Discord. Der ist aber noch so Work in Progress. Also der ist VIP. Ja, bitte. Oh mein Gott. Hey, wir können jetzt, wir bewegen uns hart auf Moos zu. Oh. Oh. Ja. Ja, ich glaube der nächste Step wird sein, dass wir unsere Sauerstoffproduktion ein bisschen pushen. Aber Gretusch, möchtest du mir jetzt bitte verraten, wo ich einen Witz gemacht habe? Ja, komm, ich will da ran. Bitte? Gut, dass du den Witz für dich behalten hast. Nein, warte, ich habe einen Witz gemacht. Ach mal, ich bin verwirrt. Hör auf zu lachen. Hm. Ach, Mann. Nee. Es ist der Ende wieder. Da hatten sie schon mal. Und doch wieder. Nicht mal wieder. immer mich fertig ich würde sagen wir geben uns sehr viel mühe ja merke ich uns fehlt wirklich nur ein kack wow das ist eine intelligenz danke ich weiß okay das war eine seltsame antwort fast travel okay ich habe schon mal jemanden gefunden den wir gleich reden können okay weil ich bin ehrlich ich würde jetzt langsam gern feierabend machen weil wir haben schon wieder viertel nach zehn morgen wird ein sauanstrengender tag vor allem wenn wir erst reaktion und dann noch weiter zocken ja aber du musst leider noch eine gewisse zeit da bleiben nicht so wie letztes mal wo ich einfach die sport bin was nee nee alles gut es geht eigentlich eher darum dass wir noch die die großen algen sammeln den müssen wir doch jetzt heute noch bauen oh ja also dass du gerade am dünger dran ich brauche noch eine alge aber das wasser kommt schon noch bis hier oben hin oder ja ja okay das wäre wirklich traurig wenn es bei der pfütze bleiben würde oh nein guck mal hier hinten kommt auch schon wasser mhm cool noch nicht fertig fuju ja ach ja jetzt wachsen hier auch drei äh ja ich habe den einmal umgesetzt ja da ja Ja, und sonst so? Alles wunderbar. Alles super. Okay. Mit F2 kannst du übrigens das GUI ausschalten. Falls du den Planeten da schön betrachten möchtest. Achso, nein, ich hab nur... Achso. Ach, ich dachte, meine Maus funktioniert nicht mehr. For fuck's sake. Aber das ist doch klar, dass das jetzt Ewigkeiten dauert, bis es fertig ist, oder? Obwohl die ja schon relativ groß sind. Also ich denke, dass das gleich fertig gewachsen sein sollte. Algen. Fertig. Algen. Fertig. Hier. Algen. Guck mal, wie schnell er an gerannt kommt. Ich wollte gerade sagen, kannst du bitte erst die... Willst du den zweiten Algensammler nicht noch abbauen, weil sonst hast du nicht... Ja, danke. Nyaum. Ein fuck is fast, boi. 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 So, was brauchen wir denn? Ich hoffe, dass der noch ein bisschen länger spielt. Der hat einen Mod drin, hundertprozentig. Oder nein, der hat einfach schon weiter gespielt. Ja. Was, wo, wie? Was? Nee, nichts. Ach so. Der, wo du den Stream gerade guckst. Jep. Ich war gerade so, hä? Wo hast du denn Schäsel hingepackt? Schwefel. Schwefel? Schwefel ist, äh... In einer Kiste. Ich habe es schon gefunden dann. In einer Schwefelkiste. Ja. So, und ich bleibe hier stehen und werde das Spektakel an diesem Schild hier beobachten. Okay. Und wie viel unsere Sauerstoffproduktion dann steigt, wenn du den hinplatziert hast. Ja. Obwohl das, glaube ich, gar nicht so einen krassen Unterschied macht, der, ähm, das Biodomstufe 2, das wird dann richtig reinhauen. Das wird reinschallern, sag ich dir. Yes. So, ich baue das schon mal auf Grenze. Das macht relativ viel an Biomasse aus. Da macht es tatsächlich, äh, 23 aus fast. Und, äh, Sauerstoff 400. Nice. Ja, das war doch schon mal... Dann, äh, trotz dessen, dass wir nur so kurz, äh, Planet Crafter gespielt haben, war es doch schon mal sehr erfolgreich. Jau, wir haben Algen. Yes. Hatten. So, nächste, äh, nächsten Stream, also morgen gibt es dann, äh, das Biodomstufe 2 noch und dadurch dann, äh, noch ein bisschen mehr Sauerstoff. Und dann werden die Seen hier noch wachsen. Oh ja. Und dann einen Wasserfall haben und alles wird voll Moos wachsen und hinterher haben wir Bäume und alles. Das wird toll werden. Bäume. Bäume. Ja. Genau. So, dann würde ich jetzt aber Feierabend machen und zu Mani rüber wechseln. Oh, hier kommt auch Wasser. Nice. Weil sie raided dann irgendjemanden ausgesuchtes. Und ich würde mich dann verabschieden. Genau. So, also, gehabt euch wohl, schlaft gut. Und dann bis morgen irgendwie irgendwas nach 18 Uhr, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Nee, das würde ja passen. Also, hau uns rein und bis morgen. Bis gleich dann. Oh ja, I'll go up. We have fruition, yeah, see me move. We have Marilyn jetzt. Joshi, jetzt zum nächsten Mal. Ich glaube, wir haben die Zukunft.